Das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Herausforderung. Ich bin gespannt, wie das wird. Okay, na gut. Los, Walahai, go, go, go! Dann verlasse ich mich jetzt aber auch auf eure Unterstützung als treue Berater für die Walahai hier. Dann werden wir einmal den Titel umbenennen. Walahai Rumänien in Viktoria 3 Fertig. So. Gut. Recht interessanter Start, Events und Rumäniengründung. Ja, ich glaube auch, dass das ganz spannend werden könnte. Die haben Events und dann kannst du Rumäniengründung. Ja, schauen wir mal. Die wichtigste Frage ist, gibt es Vlad den Pfähler? Vlad würde in EU4 passen, ja. Okay, also, Walahai Rang 64 in der Welt hat vier Bataillone zu Beginn BIP von 1.300.000 2,2 Millionen Bevölkerung, Ackerland vor allem. Alphabetisierung ist grauenhaft. Rumänisch, Orthodox, Fürstentum, Darben, oh Gott, 6,9. Die Rufe nach der rumänischen Vereinigung und der politischen Unabhängigkeit machen die regionale Politik vor Ort umso komplizierter. Da sowohl Russland als auch die Osmaner ein Interesse am Erhalt des Status Quo haben. Kann Rumänien seine Freiheit gewinnen? Das wird die große Frage werden. Auf geht's. Auf geht's in die Wallachai. Haha. So. Ähm. Sind das offiziell auch eigentlich eigene Staatsregionen? Ja, dann, oder? Also, ähm, Bulgarien. Warte mal kurz. Ah ne, Bulgarien ist bulgarisch. Dobrugia wäre rumänisch. Okay. Das heißt tatsächlich, dass hier unten wäre dann Bulgarien. Das heißt. Nur. Ah ne. Ach, Moldawien. Moldawien ist auch rumänisch. Ah, und Transsilvanien ist auch rumänisch. Ja. Österreichisch-Moldawien ist auch rumänisch. Becker ist auch noch rumänisch. Das heißt, vor allem in Österreich gibt's ganz viele rumänische Gebiete. Und eben in Dobrugia noch, vom Osmanen. Aha. Bessarabien von Russland ist auch rumänisch. Also sagen wir mal so, es gibt recht viele rumänische Gebiete. Einfach wird davon nix werden. Wobei doch der... Was ist mit Moldawien? In Moldawien ist am Anfang auch ein Protektorat des Osmanen. Wenn wir beide Protektorate sind... Können wir auch gar nicht direkt angreifen dann, oder? Die Donau ist unser Gebiet. Alles klar. Ah, ich muss noch meine Facecam ein bisschen nach links wieder verschieben. Wie man's... Wie wir's immer machen. In, äh... Viktoria. Okay, wo fangen wir denn an? Ich sollte mir jetzt mal merken, dass wir nur maxim... Dass ich nur maximal zwei Forschungen mache. Ähm, mir wäre halt Pharmazeutika recht wichtig, dass wir recht schnell ein gutes Gesundheitssystem hinbekommen. Auf der anderen Seite ist Bildung auch sehr wichtig. Mit der Dialektik. Hm, hm, hm. Andererseits Produktion. Was haben wir denn bei Produktion? Drehbank. Wisst ihr was? Wir müssen uns erstmal kurz, äh, unsere... Unseren Ort angucken. Oh, wir haben ein Problem mit Besteuerungskapazität. Das heißt, wir brauchen eigentlich Regierungsverwaltungen. Wir haben auch noch einen... Das ist noch ein Sklavenstaat. Was? Wir haben noch Sklaven? In Europa? 1836 in der Wallachai. Das wusste ich tatsächlich nicht. Schau an. Oh, wir haben eine Lebensmittelfabrik zum Start. Das ist aber schön hier in Bokarest. Und wir haben hier eine Kohlemine. Das coole ist in der Wallachai, du startest halt mit Kohle, Eisen und Schwefel und Holz. Du hast quasi alles erstmal, was du brauchst, um eine Wirtschaft quasi aufzubauen. Leider haben wir nicht so viel Holz, ne? Das ist ein bisschen dünn besiedelt. Äh, aber ja. Ähm... So. Aktuell können wir uns wahrscheinlich eh noch keinen Bausektor so richtig leisten. Wobei wir ganz gute Einnahmen machen. Wir haben sehr viele Weizenfelder tatsächlich. Über... Über die Maßen viele. Viehhöfe auch. Das ist gut. Wir haben sogar Seide hier. Also in Wallachai gibt es ja alles. Sogar Wein. Baumwolle für Tuch hätten wir auch. Das ist ja der Wahnsinn, was es hier gibt. Und die Regierungsverwaltung. Da fehlt uns Papier. Ich sag mal so. Wir sollten... Wir kriegen am Anfang halt mehr Steuern, wenn ich die Regierungsverwaltung erhöhe. Dass die aber nicht so teuer wird, bräuchten wir Papier. Für Papier bräuchten wir auf jeden Fall eine Papierfabrik. Schauen wir uns mal kurz unseren Markt an. Was fehlt... Haben wir? Ach, wir sind im osmanischen Markt. Für Moldawien habe ich einen Journaleintrag. Aha. Das schauen wir uns gleich mal an. Die Journaleinträge noch. Genau. Wir sind jetzt im osmanischen Markt. Da sind Schiffe knapp. Aber Schiffe sind uns völlig egal. Wir haben ja keinen Hafen. Und Papier ist leider auch knapp. Deswegen macht es, denke ich, Sinn, dass wir die Papierfabrik bauen. Wie wird man die Osmanen los? Oh, eins nach dem anderen. Erstmal brauche ich die Osmanen noch. Quasi. Ähm... Kleidung. Lebensmittel. Das ist doch schon mal gut, dass die knapp sind. Der Osmanische Markt zu Beginn hat relativ viel. Der hat auch mehr als genügend Holz. Okay. Das heißt ja, meine Papierfabrik müsste eigentlich erstmal ganz gut laufen. Wobei sie... Ja gut, wir haben ja auch schon Holz. Das ist doch insgesamt sehr gut. Ähm... Dann werden wir danach mal eine Eisenmine noch bauen. Wenn wir dann auf unsere Bauproduktion setzen möchten. So, die Drehbänke bringen uns für eine Tuch- und Möbelfabrik was. Davon haben wir aber aktuell noch nichts. Das Patentbrennverfahren für unsere Lebensmittelfabriken würde auch noch für Spirituosen sorgen. Hm... Die atmosphärische Dampfmaschine für unsere Minen. Ich glaube, ich würde behaupten, die ist sehr wichtig. Die ist sehr wichtig. Und der intensive Ackerbau. Aber das dauert auch vier Jahre. Vielleicht fangen wir erst mit dem Empirismus dann doch an. Hm... Empirismus bringt uns noch einige Punkte. Vor allem bei Bildung auch. Eine Stufe Baufabrik würde uns nichts bringen, meiner Ansicht nach. Außer Kosten. Wenn man einen Bausektor bauen möchte, wenn man noch gar keinen hat, sollte man, glaube ich, direkt zwei oder drei bauen, dass es sich lohnt. Meiner Ansicht nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Weil durch einen Bausektor habe ich nur zwölf anstatt die zehn, die ich jetzt eh kostenlos aktuell habe. Massenkommunikation. Dialektik. Pharmazeutika. Schauen wir mal ganz kurz unsere... Oh, unsere Regierung. Okay. Die Grundbesitzer haben hier sehr hart das Kommando. Intellektuelle sind sehr unzufrieden. Die Streitkräfte auch. Militärwarenkosten erhöht. Okay. Regierung könnte man umbilden mit der Kirche. Das ist doch schon mal gut. Wir haben noch keine Schulen. Keine Polizei. Ah, sehr schön. Wir können uns die Berufspolizei holen. Dann machen wir doch das direkt zu Beginn. Wir haben auch noch die Leibeigenschaft. Um Himmels Willen. Ach du Schande. Die Leibeigenschaft. Pachtbauern. Das wäre ja auch für Grundbesitzer gut. Ah, das sind aber die Grundbesitzer dagegen. Bei Gehöftbauern würden sie sich radikalisieren. Das machen wir erstmal nicht. Äh, wir haben auch noch Bauernaufgebote. Ohi. Staatsreligion. Erbverwaltung. Monarchie. Autokratie. Also unser Fürst. Also ich entscheide alles. Wir haben Versammlungsfreiheit in der Wallachie. Das ist ja mega fortschrittlich. Ich bin überrascht. Wir haben geschlossene Grenzen. Und wir haben noch Erbsklaverei. Ich würde ja das Sklavenverbot mir gerne holen. Aber da sind die Grundbesitzer dagegen. Ähm. Ne. Das müssen wir erst später machen. Dann würde ich sagen holen wir uns erstmal eine Berufspolizei. Da sind alle außer Landbewohner dafür. Da mache ich mir jetzt erstmal keine großen Sorgen. Hoffe ich mal. Die Landbewohner. Ah doch hier minus 5 jetzt. Okay. So. Es dauert natürlich so eine Papierfabrik. 55 Wochen. So. Wir sollten natürlich jetzt auch noch unsere Erlasse nutzen. Also wir machen auf jeden Fall soziale Durchlässigkeitskampagne. Grüne Graskampagne. Ja die Frage ist was machen wir zu Beginn. Oh Werkzeuge fehlen uns auch. Bevor wir dann später mehr Fabriken bauen. Was lohnt sich aktuell am meisten. Was würdet ihr sagen meine lieben Berater von der Wallachai. Machen wir erstmal noch eine Landwirtschaftsförderung für unsere ganze Landwirtschaft. Wo wir ja sehr viel haben. Oder eine Rohstoffförderung für unsere für Holz, Kohle, Schwefel, Eisen, Minen. Polizei-Staat-Grins. Ich sag mal so für unsere Bauwirtschaft, die wir ja dann auch aufbauen wollen. Ist es wichtig, dass unsere Ressourcen möglichst effizient sind. Ascon schreibt auch Holz. Fertigungsförderung und Werkzeuge und Eisen für den Markt produzieren, nachdem du das Holz maximiert hast. Ich denke wir machen jetzt erstmal Rohstoffindustrie. Und später werden wir auf Fertigung dann ändern. Habe ich das jetzt gemacht? Ne, jetzt. So, was haben wir noch? Straßenerhalt. Den packe ich auch einfach mit rein. Ne Notsozialhilfe können wir auch noch zahlen. Und mehr geht gar nicht, oder? Einberufung brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nicht genügend Pops. Wir brauchen Verkäufer bei den Holz... Ah, warte mal. Ich muss das noch auf Sägemühle bauen. Dafür brauchen wir aber tatsächlich noch eine Werkzeugfabrik. Okay. Und die Werkzeugfabrik braucht ja wiederum... Holz. Oder halt direkt Eisen. Machen wir sie doch direkt auf Eisen. Und dafür baue ich ja die Eisenmine. Wir sind im Osmanischen Markt. Genau. So, dann haben wir doch das jetzt erstmal alles geklärt. Jetzt haben wir noch so viel Autorität übrig, dass wir fast noch eine Verbrauchsteuer am Anfang noch nutzen könnten. Auf Tabak. Und unser Erbe wurde direkt geboren. Anton Gika. Also wir sind... Alexandro Gika. Rumänisch 39. Abiolutionist. Oh, der ist sogar... für die Sklaverei... für das Sklavereiverbot. Schau an. Und sein Sohn ist ein Kriegstreiber. Ha. Aber auch von den Grundbesitzern. Der kleine Anton Gika. Schau an. Unser Herrscher hat... nur die Vorsichtigeigenschaft. Das gibt ihm leider weniger Einfluss. Apropos Einfluss. Ähm... Ich überlege gerade... Theoretisch wollen wir halt gegen Österreich, gegen Russland und gegen die Osmanen vorgehen. Wer... wer... wer ist denn ein sinnvoller Verbündeter für uns? Wo wollen wir... Wo wollen wir erstmal Beziehungen verbessern? Hm... Ich meine... Wollen wir erstmal vom Osmanen loskommen? Ich glaube schon. Das wäre wahrscheinlich von den drei großen Nationen das einfachste Ziel, den Osmanen zu besiegen. Dobrutscha zu erobern und dadurch einen Hafenzugang zu bekommen. Ähm... Deswegen verbessern wir mal Beziehungen mit Russland. Und vielleicht... Ja, Preußen könnte uns auch noch helfen. Haben wir noch? Ne, mehr haben wir da nicht übrig. Ja. Machen wir es mal so. Osmanen hat aufgehört Beziehungen zu verbessern. Oh, wir haben auch sehr schlechte Beziehungen zum Osmanen. Der... warte mal, der könnte uns doch jetzt einfach den Krieg erklären, dann ist das Spiel vorbei. Fällt mir grad auf. Wir haben sogar eine Rivalität. Ne, das ist Russland. Da hab ich mich grad ver... Ne, wir haben schlechte Beziehungen, ne? Hm... Die Frage ist, ob wir vielleicht erstmal zum Osmanen Beziehungen verbessern sollten. Oder können wir... Können wir irgendwas mit dem... Ne, der Russe will auf jeden Fall keinen Verteidigungspakt. Können wir mit irgendjemandem einen Verteidigungspakt bilden? Ich glaube nicht, oder? Das würde mich wundern. Ähm... Mir wird das leider auch nicht genauer angezeigt, wieso es so nicht geht. Das könnte tatsächlich gefährlich werden. Wenn der Osmanen uns direkt angreift, ist es vorbei. Ist die Frage, ob wir unsere Beziehungen mit den Osmanen noch verbessern sollten. Oh, uns fehlt hier ein General in unserer Armee. Ne... Annektieren sollte er dich nicht können. Ja, aber er könnte mich halt zur Marionette machen. Ähm... Boah, wir haben leider keine guten Generäle im Angebot. Das machen wir lieber nicht, Hanusch. Waldkampfexperte und taktvoll... Ja, nehmen wir mal den taktvollen Waldkampfexperten. Hä? Warte mal, wir haben doch vier... Ach, wir haben noch eine Einheit Husan. Dann würde ich doch sagen, die Husan machen wir noch zu Lanzenreitern. So. Gut. Der Osmanen hat eigentlich genug damit zu tun, seinen Zerfall aufzuhalten und gegen Ägypten vorzugehen. Ja, das hoffe ich doch sehr. Dass die KI das auch so seht wie ihr. Der ist mittlerweile sogar groß, macht direkt geworden. Okay. Was haben wir denn noch hier oben? Warnzufuhrknappheit, Handfeuerwaffen. Ja... Ja, okay. TC Tom, guten Abend, hallo! So. Ah, unsere Lebensmittelfabrik könnten wir noch mit Zucker auf Süßungsmittel umstellen. Das mache ich mal direkt. Brennblasen würde es sich wohl erstmal nicht lohnen. Dass wir Spiritosen herstellen. Oder auf dem osmanischen Markt fehlen halt vor allem auch Lebensmittel. Deswegen machen wir doch erstmal das. Das passt auf jeden Fall. Stimmt, wir könnten doch einfach Gaslaternen noch nutzen, weil Kohle haben wir ja mehr als genug. In der Ballachei. Dann sind unsere Stadtzentren gleich ein bisschen beleuchtet. So viel Luxus sollte man sich schon leisten können, nicht wahr? So, mehr können wir hier noch nicht machen. Genau. Schwefelminen sind halt noch nicht effizient. Und für die Sägemühle brauche ich erst dringend Werkzeug. Deswegen baue ich die Werkzeugfabrik. Wozu Wietracht herrscht. Ah... Das erhöht unsere Erlass-Erfolgschance. Das ist natürlich fantastisch. Haben wir schon jetzt 50 Beziehungen? Ging das so schnell auf 50 hoch? Ja, aber vorsichtig. Wieso sind die Russen direkt vorsichtig gegenüber uns? Jetzt sind sie kooperativ. Sehr gut. Aber sie wollen keinen Verteidigungspakt. Schade. Ähm... Meint ihr, wir sollen trotzdem mal... Ich werde mal trotzdem mit dem Osmanen die Beziehungen verbessern, dass der uns vielleicht nicht völlig hasst. Wäre jetzt aktuell mal mein Plan. Äh... Serbien ist auch ein Protektorat. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit dann auch Serbien zu erobern. Aber aktuell wird es halt vom Osmanen geschützt. Ach ja, ich wollte noch in meine Journaleinträge gucken. Erstmal bei Entscheidungen gibt es nichts Spannendes. Ah ja, hier. Die Fürstentümer vereinigen. Dafür brauche ich den Nationalismus, den ich erforschen muss. Okay. Ja. So, aktuell erforschen wir jetzt erstmal den Empirismus. Für den Nationalismus brauchen wir ja dann auch noch die Massenkommunikation. Also machen wir dann doch erstmal noch dort weiter. Genau. Drehbänke könnte schon von selbst kommen. Wobei halt atmosphärische Dampfmaschine und intensiver Ackerbau für uns sehr wichtig sein könnten. Aber Dialektik, Pharmazeutika und Nationalismus ist auch wichtig dann. Das finde ich immer ein bisschen schwierig sich da zu entscheiden. Weil es halt teilweise Ewigkeiten dauert bis man das erforscht hat. So, die Papierfabrik macht ihre Fortschritte. Ui, wir haben einen großen Eisenmangel im osmanischen Markt. Gut, dass ich eine Eisenmine baue. Und Werkzeugmangel. Kohlemangel haben wir auch. Na, schau an. Holz geht einigermaßen. Deswegen, die Papierfabrik sollte recht stabil stehen. Ich glaube, wir können sogar am Anfang gleich mal ein bisschen auf Speed 5 machen. Haben wir eigentlich aktuell schon. Wir haben noch keine Institution. Das ist ja auch selten. Aber gleich haben wir die Berufspolizei. Und für Bildung könnten wir versuchen, die Kirchenschule zu bekommen. Mit Hilfe der orthodoxen Kirche. Weil, perfekt, wir haben jetzt die Berufspolizei. So, und dann würde ich sagen, wir können keine Schule machen. Weil, darf keines der folgenden Dinge beschlossen haben. Völlige Trennung in Stadt und Kirche, Staats-Atheismus, Leibeigenschaft. Ach so. Mit Leibeigenschaft können wir keine Kirchenschule haben. Verstehe ich das richtig? Ha. Das heißt, wir müssten erst die Leibeigenschaft beenden. Am besten mit den Pachtbauern, weil das fänden die Grundbesitzer verdrehtbar. Ja. Ich würde sagen, dann holen wir uns erst... Wir beenden jetzt erstmal in der Wadachai-Leibeigenschaft. Genau. Vorher können wir auch vom Traditionalismus überhaupt nicht wegkommen, tatsächlich. Äh, die Erbverwaltung ist auch noch ein Problem. Können wir jetzt schon auf eingesetzte Verwaltung machen. Dann wären wir bei 6. Und bei der Leibeigenschaft würden wir nochmal minus 8 verlieren. Dann wären wir bei minus 2. Ich überlege gerade, was... Ich würde halt tatsächlich erst die Erbverwaltung wegmachen, weil wir da eine höhere Chance auf Erfolg haben. Ja... Erstmal holen wir uns die eingesetzte Verwaltung, tatsächlich. Die bringen uns doch sowieso noch den anderen Vorteil, den wir auch benötigen. Ähm... Und zwar... Mehr Besteuerungskapazität. Das fehlt uns ja im Land, dann kriegen wir mehr Geld. Also hat das den Vorteil. So, die Rohstoffproduzenten in der Wadachai melden eine Spitze der Bahnproduktion vom Holzlager. Sehr gut. So, jetzt wird unsere Eisenmine gebaut. Schauen wir mal, wie die Papierfabrik läuft. Oh, die Papierfabrik sollte erstmal ganz gut laufen, weil Papier ist halt teuer. Ich weiß halt immer nicht, ob ich noch mehr auf Verbrauchsteuern gehen sollte oder nicht. Viel Geld bekommen wir damit nicht. Was bringt mir meine Autorität eigentlich nochmal als Überschuss? Ah ja, geringere Erlasszeit. Papierkrieg. Das derzeit von den Grundbesitzern angeführte Beamtentum verlangsamt die Regierung absichtlich durch die Schaffung von unnötigem Papierkram. Es verlangt, dass seine Arbeitsplätze im Rahmen der eingesetzten Verwaltung geschützt werden. Ähm. Boah, wollen wir direkt einen Rückschlag in Kauf nehmen? Oder wir haben weniger Bürokratie. Und, ne, minus 10% Erlassschung. Ne, dann nehmen wir das, wir nehmen den Rückschlag in Kauf. Würde ich sagen. Das passt, das passt, das passt. Bürokratisches Ringen mal wieder. Ah, das erhöht auch unsere Erlasserfolgschance um 10%. Das hier ist der beste Weg. Hier, es wird so lang dauern, wie es braucht. Genau. Dann bekommen wir auch wieder mehr Bürokratie. Auch wenn es länger dauert, das zu erlassen. Das ist aber nicht so schlimm. So, ich würde sagen, als nächstes könnten wir fast den Bausektor bauen. Da brauchen wir auch Tuch, ne. Wie sieht's denn mit Tuch aus? Auf dem osmanischen Markt. Tuch und Holz sieht erstmal gut aus. Eisen ist ein Problem. Das heißt, wir müssen dann einfach viele Eisenminen bauen. Öffentliche Ansprache läuft aus dem Ruder. Das ist natürlich katastrophal. Ah, aber noch ein Rückschlag. Wäre halt gefährlich. Aber ich gehe auf volles Risiko. Zwo, drei, Risiko. So, wir haben den Empirismus. Gut, das heißt jetzt, Bildung könnten wir auf eine höhere Stufe packen. Ähm, aber wir haben noch keine Bildung. Und Grund auf. Ein Mann niedriger Geburt ist zum Oberhaupt der Intellektuellen aufgestiegen. Hm. Ein Charakter in der Walachai erscheint. Wir haben aufgeflogene Hinterzimmergeschäfte. Oh nein. Ja, dann ist es jetzt einfach mal so. Aber wir kommen einfach auch nicht in die Debattenphase aktuell. Ich weiß nicht, was da los ist. Ist gerade ein bisschen knifflig. So, aber ich würde jetzt gerne einen Bausektor bauen wollen. Also nicht nur einen, sondern mehrere. Weil Holz und Tuch sollten wir ja hinbekommen. Bauen wir gleich drei Stück hintereinander. Bevor wir dann mit der Werkzeugfabrik weitermachen. So. Schauen wir mal, ob wir das finanziert bekommen. Ich habe jetzt ja extra mal ein bisschen Gold eingelagert. Für schlechte Zeiten quasi. So. Mal gucken, wie die Bausektoren jetzt gleich arbeiten werden. Der Regierungssektor arbeitet noch ganz gut. So. Ich stelle die Bausektoren noch nicht auf Guseisenbau um. Einfach weil Eisen noch viel zu teuer ist. Also Schuldenbremse. Schauen wir mal. Schaffst du es Serbien zu befreien? Ja, jetzt noch nicht so Atompilz. Erstmal würde ich den Nationalismus gerne erforschen. Dass ich weiß, was es für Journaleinträge gibt. Dass ich das besser einschätzen kann. So. Es arbeiten auf jeden Fall jetzt schon einige hier. Mustafa Rejit Pasha wurde... Ah, der würde sich für die eingesetzte Verwaltung einschließen. Der wurde verbannt. Von den Osmanen. Wartet mal. Das wäre doch genau der, den wir jetzt bräuchten. Aber wir können niemanden von denen einladen. Wieso eigentlich? Türkisch... Ah, weil die Türken diskriminiert werden. Ich verstehe. Leider ist unsere Chance wieder auf 17% gefallen. Na toll. Das scheint leider nicht so erfolgreich zu sein, wie ich gehofft hatte. Okay, wir machen knapp... Ja, doch ein größeres Minus als gedacht. Jetzt mit dem Bausektor. Der private Bausektor baut einfach eine Waffenfabrik in der Wallachal. Na ja, langfristig können wir die gebrauchen. Aber okay. Sklaven schoner Meuterei. Sklaven auf dem Handelsschiff unserer Nation haben gemeutert und Kontrolle über das Schiff übernommen und ihr nächstes Ziel war Österreich, wo Sklaverei verboten ist. Auf welchem Handelsschiff sind die gefahren? Bei uns auf den Flüssen? Auf der Donau? Ich weiß gar nicht, geht die Donau durch die Wallachal? Oder die Wolga? Doch, ne? Ist die Donau. So, Beziehungen mit Österreich könnten sich enorm verschlechtern. Das fänden Grundbesitzer gut und Landbewohner. Ah, Gewerkschaft, Kirche, Intellektuelle oder... Grundbesitzer wären etwas erzürnt. Das liegt nicht in unserer Hand. Die bekannten Flusspiraten, natürlich, natürlich. So. Also, wie teuer ist... Hä? Ich lagere doch gar kein Gold mehr ein, hallo? Ah doch, ich bin über meiner Goldreserven-Schwelle, verstehe. Oh nein, noch mehr bürokratische Verwicklungen, das war's dann wohl. Oder 10% der Bürokraten werden noch radikaler. Aber irgendwie soll das wohl nicht sein, habe ich das Gefühl. Wir hatten mal in der Zwischenzeit eine Chance von 43%. Jetzt sind wir auf 7% runtergebrochen für die eingesetzte Verwaltung. Jetzt habe ich 3 Bausektoren gebaut und habe am Ende nur 15, oder jetzt haben wir 16, anstatt die 10, die uns halt kostenlos waren. Na, deswegen... Die Balachai bricht Beschluss in Bürokratie ab. Wieso? Weil es jetzt einen Rückschlag gab. Ja, toll. Toll. Na, super, jetzt müssen wir da wieder ewig warten, bis wir das nochmal versuchen können. 23 Monate. Gut, das heißt wir versuchen bis dahin die Pachtbauern zu bekommen. Was kann da schon schief gehen? Wir haben ja nur eine 10%ige Chance. Naja. Oh. Ich habe die Beziehungen mit dem Osmanen ein bisschen zu sehr verbessert, muss ich gestehen. Jetzt bin ich leider... Äh... Jetzt bin ich auf viel zu guten Beziehungen gelandet. Das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Können wir eigentlich Rivalitäten mit irgendjemandem erklären? Wir könnten sogar Bündnisse versuchen mit Moldawien und Serbien zu bekommen. Oder Verteidigungspakte. Aber Rivalität haben wir keine Option. Unbenannte Bauernschaft in der Balachai. In der Balachai prallen wieder streitende Denkweisen aufeinander. Ländliche Aufhetzer haben bestimmte Gesetze kritisiert, weil sie ein missbräuchliches Verhalten der Grundbesitzer stürzen. Das nächste Bordell ist drei Dörfer weg. Oh, ich dachte eher an eine Mitgift. Pa! Wir arbeiten zu viel für diese Madame. Wenn ich eine Frau wollte, die mir alles nimmt wofür ich arbeite, mich an ein Bett kettet und mich nötigt sie Herren zu nennen, würde ich ihr lieber erst einmal Geld schulden. Okay... Toll! So oder so senkt das unsere Erlasserfolgschance und gleichzeitig senkt das auch noch die Menschen werden arbeiten. Toll, jetzt haben wir nur noch 5% Erfolgschance. Das ist nicht gut! Ja, das ist nicht gut, sag ich euch. Gibt's denn noch... Warte mal, wer ist für Pachtbauern eigentlich? Äh, die Kirche ist dafür nicht die Streitkräfte. Wie wär's denn, wenn ich die Regierung mit der Kirche verändere? 5 sind doch 100 bei Paradox, ja. Wer weiß. Das müsste doch jetzt die Chancen eigentlich erhöhen, oder? Ja, auf 21%. Perfekt. Stimmt, wir könnten natürlich auch die Autorität noch nutzen, um andere, äh, Interessensgruppen zu stärken. Das ist noch ne gute Idee. Ich hab schon vorhin überlegt, was ich mit der ganzen Autorität mach, aber natürlich. Und die Intellektuellen mögen uns gerade sehr. Ich würde tatsächlich die Intellektuellen gerne stärken wollen. Und die Grundbesitzer gerne schwächen. Hm, beides geht nicht. Machen wir noch ne Steuer auf Luxuskleidung. Bisschen Geld einzusparen. Ein Agitator erscheint. Ach, schau an! Jetzt haben wir den, der sich für die eingesetzte Verwaltung, ähm, ausspricht. Den hätte ich vorhin gebraucht. Naja, gut. Wir können's ja dann nochmal probieren in zwei Jahren. Musik in meinen Ohren. Eine im ganzen Land gefeierte Truppe von Wanderkünstlern ist in der Wallachai eingetroffen. Das würde uns 300 für 5 Jahre kosten, aber unser Prestige würde steigen. Um 10%. Hm. Kann mir mal einer diese Prozentangaben beim Prestige erklären? Plus 10%. Weil aktuell, es ist ja jetzt nicht so, dass wir Prestige monatlich als einen festen Wert bekommen. Das würde doch jetzt einfach nur bedeuten, dass den Prestige, den wir durch feste Werte aktuell haben, dass der halt nochmal um 10% erhöht wird. Oder? Aktuell haben wir 13 Prestige. Das heißt, wir würden quasi 1,3 Prestige gewinnen. Verstehe ich das richtig? Das heißt, ich würde behaupten, dass es sich aktuell für uns für 5 Jahre nicht lohnt, dafür Geld auszugeben, oder? Fänden die Intellektuellen nicht so gut. Und wir würden ein bisschen Prestige weniger haben, quasi. Die Wallachai kann keinen höheren Rang als Kleinmacht haben. Aktuell sind wir eine Winzmacht. Wir werden eine Kleinmacht, wenn wir Rang 22, äh, wenn wir 22 Prestige haben. Ha, meint ihr, wir können in 5 Jahren es schaffen, auf 22 Prestige zu kommen? Das wäre schon möglich. Dann könnte, dann würde es sich lohnen, die zu finanzieren. Weil dann haben wir ein bisschen mehr Prestige. Das könnte schon das Zünglein an der Waage sein. Ha, 300 extra Ausgaben. Ist nicht so einfach. Hm. Ne, ne, ne. Wir lassen das jetzt tatsächlich erstmal. Ich lass das jetzt mal. Erstmal kein Geld ausgeben, was denn los ist. Das passt schon. Ja, äh, Hunter. Ich weiß, was du meinst. Den Kommentar habe ich gelesen, wegen der Marine-Macht-Projektion bei Brasilien mit meinem Projekt. Oh, Abweichler tanzen wir mal wieder aus der Reihe. Hä, jetzt sind wir wieder bei 6%? Wieso? Durch Gesetzesbeschluss stagniert. Wieso ist es schon wieder so schlecht geworden? Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Knifflig. So, wie läuft's denn jetzt hier? Werkzeugfabrik sollte gute Arbeit leisten. Läuft auch schon mit unserer Eisenproduktion. Und unsere Eisenmine sollte auch gute Arbeit leisten. Polizeigewalt. Jetzt fehlt uns ein bisschen die Bürokratie. Ah, wir bekommen Unterstützung! Der politische Wille und die Wünsche der unteren Schichten werden auf ewig undurchschaubar bleiben. Aus irgendeinem Grund hat sich die Unterstützung in der Wallachai verbreitet wie ein Lauffeuer. Angefacht durch charismatische Redner und lebhafte Debatten. Oh, 20% der Wallachai loyal. Oh, das wäre auch so stark! Mh, das wäre so stark! Aber wir brauchen die Pachtbauern! Oh Gott! 20% der Unterschicht! Das würde uns echt viel Loyalisten bringen! Verdammt! Aber 20% Erfolgschance? Oh, Freunde! Liebe Berater! Was sagt ihr? Ah, was würdet ihr da jetzt nehmen? Unterschichten! Wie viele Unterschichten haben wir denn? Ich gehe davon aus, dass wir sehr viel Unterschicht haben, oder? Warte mal... Hier... 2... 2,3 Millionen ist Unterschicht! Das bedeutet... Wir würden halt auf einen Schlag 400.000 Loyalisten bekommen und damit auch eine höhere Zustimmung der... der... ähm... der Interessensgruppen. Aber dann haben wir halt keine höhere Erfolgschance für die Pachtbauern. Aber 20% bei Unterschichten? Das ist halt schon mega gut! Ich sag mal so, im schlimmsten Fall die Pachtbauern könnten wir in 2 Jahren nochmal neu versuchen. Ich glaube ich bin echt eher dafür, dass 20% der Unterschichten Pops loyaler werden. Ähm... Das wird uns im ganzen Land einiges mehr bringen. Äh... Loyalisten siehst du hier oben im Vergleich zu den Radikalen. Ähm... Loyalisten sorgen dafür, dass die Zustimmung der Interessensgruppen steigt. Allein jetzt haben wir schon einen hohen Zustimmungswert dadurch. Ähm... Und der würde halt noch weiter steigen, wenn wir mehr Loyalisten haben. Das heißt, die Interessensgruppen sind stärker auf unserer Seite. Und wir können auch leichter mal Entscheidungen gegen sie treffen. Also, so schwer mir das jetzt fällt, aber ich nehme das untere. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt 52.000. Und zack! 413.000 Loyalisten! Die Frage ist nur, ob die jetzt wieder relativ schnell sinken. So! Wir haben jetzt die Napoleonische Kriegsführung. Aber Linieninfanterie war da schon dabei. Artillerie haben wir noch keine, genau. Ja, der Graf ist jetzt einmal nach oben gesprungen. Ah, die Drehbank haben wir auch. Bringt uns nur noch nichts. Ja, und Radikale haben wir nur noch 2.000. Ah, wir haben jetzt die Massenkommunikation. Die Frage ist, versuchen wir jetzt den Nationalismus zu holen. Das dauert halt 5 Jahre. Oder erst noch die atmosphärische Dampfmaschine. Da würden wir mit Werkzeugen mehr bei unseren Minen bekommen. Ich weiß halt nicht, was in dem Journaleintrag drin steht. Und ob ich das erst in einigen Jahren bräuchte. Oder ob das jetzt schon wichtig wäre. Ich glaube, das könnte jetzt schon wichtig sein. Weil ich habe die Sorge, dass Moldawien vielleicht unter jemand anderem gerät. Das ist ein bisschen gefährlich. So. Wobei die Zustimmung nicht so richtig gestiegen ist. Streitkräfte und Grundbesitzer sind leider nicht so richtig loyal geworden. Und zwielichtige Verbindungen. Was aber tatsächlich nicht so schlimm ist. Genau, Russland könnte sie zur Marionette machen. Das ist auch meine Sorge, die ich habe. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Beziehungen verbessern haben wir mit Russland, äh mit Preußen gemacht. Ich mache es jetzt erstmal mit Österreich auch. Und ich beginne Beziehungen mit dem Osmanen wieder zu verschlechtern. Fehlschlag der Legislative. Aber einen Rückschlag hatten wir ja zum Glück noch. Jetzt haben wir wieder 26% Chance für die Pachtbauern. Schauen wir mal. Ob das mehr von Erfolg gekrönt sein wird. So, Holzfäller haben wir dann bald auf Maximum. Dann bauen wir noch eine Eisenmine auf jeden Fall. Baumwolle für Tuch. Weil doch unsere Viehhöfe uns auch genügend Tuch produzieren. Also, wenn wir dann den eigenen Markt hätten, wäre das erstmal nicht so schlimm. Nö, ich würde behaupten wir bräuchten einfach hier noch ein paar Sachen. Äh, Glashütte, Kanonengießerei. Eine Möbelfabrik vielleicht. Ne, eine Tuchfabrik ist fast wichtiger. Werkzeugfabrik noch auf Stufe 2. Ein Stahlwerk, lohnt sich scheinbar noch nicht. Dann haben wir noch eine Möbelfabrik. Eine Glashütte. Ja, eine Kanonengießerei werden wir auch brauchen, wenn wir Krieg führen. Die Waffenfabrik haben wir ja schon. Und ein Stahlwerk werden wir dann auch noch brauchen. So. Bauen wir das mal nach und nach. Fehlschlag der Legislative. Das kann doch nicht sein. Jetzt ist es wieder inaktiv. Och, wir hatten keinen Erfolg. Wie ärgerlich. Wir könnten uns Wohlfahrtskrankenhäuser holen, aber ich würde lieber auf die öffentliche Krankenversicherung warten. So, wann können wir denn jetzt hier wieder loslegen? Hä? Eingesetzte Verwaltung. Müsste das jetzt nicht schon wieder möglich sein? Ist jetzt keiner dafür. Bankwesen bringt uns schon mal wieder mehr Geld. Hä? Arbeiten die Osmanen da jetzt dagegen? Oder was? Ja, die arbeiten scheinbar dagegen, ne? Shit. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Ne, wenn ich die Wohlfahrtskrankenhäuser jetzt mache, wird mir die Kirche nicht mehr bei öffentlicher Krankenversicherung helfen. Hat schon einen Grund, wieso ich das nicht mache. Nationalgarde könnten wir versuchen zu beschließen. Haben wir auch nur eine 12%ige Chance. Intellektuelle wären dagegen. Haben wir nicht denjenigen, der uns hilft? Diesen Agitator? Ne, der ist wieder weg. Toll. Der war doch noch da. Das heißt, aktuell haben wir keine Chance. Die Gehöftbauern würden die Grundbesitzer radikalisieren. Das machen wir nicht. Wie ärgerlich. Wir hatten unsere Chance und wir haben es vergeigt quasi. Die billigen das. Die Streitkräfte billigen das auch. Würde ich jetzt nicht, wenn ich in die Regierung noch die Streitkräfte reinhole. Achso, ich kann nur entweder oder machen. Das würde wieder für ein paar weniger Loyalisten sorgen. Das würde ich dann nach dem Nationalismus tatsächlich gerne als nächstes erforschen. Das würde ich dann nach dem Nationalismus tatsächlich gern als nächstes erforschen. Dann die Dialektik. Und danach gehen wir schön auf Produktion. Ich weiß, ich mache schon wieder viel zu viel, aber ich kriege diese Gewohnheit nicht weg. Ein Skandal. Die Polizei hat in einem berüchtigten Lustknabenbordell Gregore Vardale gefunden. Von der orthodoxen Kirche. Natürlich. Soll das sich aus der Politik zurückziehen. Hä, obwohl ich dagegen arbeite, verbessern die Osmanen gegen meinen Willen die Beziehungen mit uns. Das ist ja absolut mies. Ist aber frech. Dann höre ich mal auf, jetzt mit Österreich noch Beziehungen zu verbessern. Nicht, dass wir da noch Probleme bekommen. Ah, der Osmanen kämpft schon gegen den Ägypter. Und wird sehr wahrscheinlich gegen Ägypten gewinnen. Würde mich jetzt überraschen, wenn es anders läuft. Französisches Streben nach Osten wurde verkündet. Richter übrigens, moin moin, hallo. Kommt das auch auf YouTube? Du meinst das hier? Bei meinem YouTube Uncut-Kanal kann man das dann nachgucken in Zukunft. So, wir können jetzt hier nochmal die Grundbesitzer... Kann ich nicht unterdrücken. Wahrscheinlich, weil sie in der Regierung sind. Ah, ja. Und die Intellektuellen stärken wir ja schon. Machen wir noch eine Dienstleistungssteuer. Machen wir noch eine Dienstleistungssteuer. So. Eine Petition. Ach, die wollen die Zensur haben, die Kirche. Na, toll. Das ist nicht das, was ich hören wollte. Die Eisenmine läuft sehr gut aktuell. Und mit der orthodoxen Kirche läuft es auch sehr gut. Agrarindustrie. Hm. Ach so, ja. Bei den Pachtbauern müssen wir noch wieder warten. Schwierig. Ja, bis auf die Gesetze läuft alles. Aber die Gesetze laufen nicht so gut. Ja, holen wir die Nationalgarde. Oh. Wir können jetzt die Streitkräfte gar nicht mehr dazu holen. Probieren wir es ohne die Streitkräfte, oder? Ja. Ja. Ja, Nationalgarde ist schon sinnvoll. Probieren wir das mal jetzt als nächstes. Ich werde mal noch mit Frankreich Beziehungen verbessern. Ah, sind die Russen einfach gelandet hier? Ist ja absolut frech. Das ist ja absolut frech. Das geht ja gar nicht. Ah, jetzt verschlechtere ich wieder die Beziehungen mit dem Osmanen. Sehr gut. Sehr gut. Oh, wir sind aber direkt in die Debattenphase gekommen bei der Nationalgarde. Interessant. Höchst interessant. Wir könnten sogar hier noch die Steuern senken. Wobei unser Lebensstandard natürlich steigen würde, wenn wir... Dann packe ich mal die eine Verbrauchsteuer wieder weg. Du kannst ja nicht nur Pech haben, das stimmt. Das ist korrekt, jawoll. Oh, es wird auch vom privaten Bausektor noch eine Werkzeugfabrik gebaut. In der Hinsicht sollten wir dann schon relativ gut aufgestellt sein fürs Erste. Die Frage ist, wie viel Eisen haben wir denn jetzt im Osmanischen Markt? Immer noch ein Problem. Wenn ich jetzt halt meinen Bausektor umstelle, wird das nochmal teuer werden. Das kostet halt Werkzeug und Eisen. Fehlschlag, schon wieder Fehlschlag. Och, Mann. Jetzt sind wir direkt auf 4% gezunken. Mein Ziel ist es, Rumänien zu gründen, Stefan. Die Beziehungen mit den Osmanen will ich gerne wieder unter 20 haben, dass wir sie angreifen können, falls der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Die Frage ist, ob er dann nicht... Ich meine, unser erster Krieg wird doch gegen die Osmanen gehen, oder? Das sind wir doch uns alle einig, um Dobrutscher zu erobern. Vielleicht sollte ich dann doch mit den Österreichern auch Beziehungen verbessern. So, unsere Erlasserfolgschance ist jetzt gleich wieder erhöht, auch wenn die Streitkräfte das nicht gut finden. Schauen wir mal, ob wir eine Chance haben, die Nationalgarde zu bekommen. Wie läuft es jetzt eigentlich mit der Besteuerungskapazität? Katastrophal. Deswegen würde ich sagen, bauen wir mal noch eine zweite Regierungsverwaltung. Geldtechnisch sollten wir das hinbekommen. Papier haben wir jetzt durch unsere Papierfabrik. Wie sehen denn die Ortspreise aus? Hartholz ist hier relativ teuer, genauso wie Tee und Luxuskleidung. Ja... Und Tabak. Ich verstehe. Wir brauchen zu wenig Holz, obwohl ich schon Holz auf Maximum gebaut habe. Aber gut, sobald ich den Bausektor umstelle, werden wir ja weniger Holz benötigen. Und zwar 105 weniger Holz, aber dafür viel mehr Eisen. Also... Ich muss dringend diese Eisenminen... ...bauen. Vor allem anderen noch... ...brauchen wir diese Eisenminen. Mahai, ich grüße dich! Wir spielen mit der Wallachai, nicht mit Russland. Mahai. Wir spielen mit der Wallachai. Kunsthochschule kann nicht voll besetzt werden. Das ist aber auch ein neues Bild. Wir haben die atmosphärische Dampfmaschine. Das trifft sich doch vortrefflich für die Eisenminen. Lohnt sich das angeblich nicht, weil wir mehr Werkzeug und mehr Kohle brauchen. Aber dann würde ich doch sagen... Ne, scheint doch sich schon zu lohnen hier. Wir brauchen halt wahrscheinlich noch mehr Werkzeug auch, oder? Wir produzieren aktuell 121. Und wir haben den Nationalismus. So, jetzt wird es mal spannend. Das müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen. So. Das machen wir noch alles vorher. Gut. Was brauche ich, um Rumänien zu gründen? Das können wir mal kurz gucken. Oh, es gibt auch den Donaustaat. Das wusste ich auch nicht, dass es den gibt. Donaustaat. Der ist aber nicht sehr schwer zu gründen für Österreich. Den Donaustaat. Aber für Rumänien braucht man nur drei Gebiete scheinbar. Wir kontrollieren nur eins der drei benötigten Staatsregionen. Aha. Ich sag mal so, Dobrutscha und Moldawien. Ja, das wäre ganz gut. Ach so. Dobrutscha reicht aber nicht, weil die Russen haben ja auch noch einen Dobrutscha. Ah, verdammt. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ahem. Die Donaufürstentümer erwachen aus ihrer langen Lethargie. Die Rechte und Interessen des Vaterlands schreien nach Befreiung. Das Wohl und das Glück der rumänischen Nation verlangen nach Taten. Wir müssen die Vereinigung anstreben und zum Aufbau eines einzigen Landes für unser Volk beitragen. Doch Obacht. Wir dürfen dabei keine Großmächte verärgern. Wird abgeschlossen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Die Wallachai hat eine Personalunion über ein anderes rumänisches Land gebildet oder es zu einer Marionette von der Wallachai gemacht. Die Wallachai unterhält positive Beziehungen zu jeder Großmacht, der ein aktives Interesse an der Region. Ah. Das heißt, wir brauchen doch die positiven Beziehungen. Warte mal. Was bedeutet das? Effekt. Osmanisches Reich erhält das Ereignis die rumänische Einheitserklärung. Unsere Erklärung der Einigkeit wird ausgelöst. Der erste Schritt zur Einigung der rumänischen Nation ist die Einsetzung eines einzigen Herrschers aus unserem Volk. Die Sicherstellung einer gemeinsamen Führung, auch wenn unsere Länder auf dem Papier getrennt bleiben, wird viel für die Sache tun. Okay. Das heißt, unsere Diplomatie haben wir schon genau richtig gemacht. Das speichere ich mal ganz kurz ab, weil ich keine Ahnung habe, was jetzt gleich passieren wird. Und wir machen das jetzt mal. Wir machen das jetzt mal. Wir werden jetzt auf die Vereinigung drängen. Mit unserer Kraft und unserer Schleue haben wir die ersten Schritte zur Einigung der rumänischen Nation getan. Die Zukunft liegt vor uns. Der Reporter begann, die Erlebnisse des Tages aufzuschreiben. In der ganzen Hauptstadt waren die lebhaftesten Freudensbeurkundungen zu hören. Auf allen Straßen, auf allen Gehwegen, auf allen öffentlichen Plätzen der Stadt gab es nichts anderes. Unsere Bauernbrüder riefen nun aus voller Brust, es lebe die Nation, es lebe Rumänien. Eine einzelne Freudenträne kullerte über seine Wangen. Alle lagen sich in den Armen ohne Rücksicht auf den eigenen Stand, als ob sich alle von den drückendsten Joch befreit hätten. Toti in Uno. Tatsächlich, Moldawien wird der Juniorpartner in einer Personalunion mit uns. Okay. Damit... Haben wir eine neue Flagge bekommen? Okay. Das lief doch schon mal gut. Fürstentümer Vereinigung haben wir abgeschlossen. Moldawien ist jetzt in einer Personalunion. Was bedeutet genau eine Personalunion eigentlich? Kriegen wir da mal ein paar Infos? Nee, nicht direkt. Ah, Arbeit. Warte mal. Autonomie verringern. Das kann man jetzt machen. Dann werden die zu einer Marionette. Oh, und dann könnte man sie erobern. Und sie stehen nicht mehr unter dem Schutz der Osmanen. Das ist ja spannend. Aber die Moldawier haben eine gewisse Armee, ne? Wieso hat Moldawien so eine große Armee? Wie können die sich das leisten? 16 Bataillone? Die haben ein kleineres BIP als wir. Bin ich noch unter dem Osmanen? Ja, wir sind noch ein Protektorat unter dem Osmanen. Also wir werden halt noch geschützt vom Osmanen quasi. Alle für einen. Was haben wir denn jetzt hier? Gemeinsam sind wir stärker. Wir müssen unsere zaghafte Einigung bewahren, damit wir daraus ein einziges großes Rumänien schmieden können. Wird abgeschlossen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Die Vereinigung der Fürstentümer für 10 Jahre erhalten. Bei Abschluss wach auf Rumänien. Das heißt, wird fehlschlagen. Mindestens eins von diesen. Das Land des Spielers ist nicht die Vereinigten Fürstentümer. Moldawien ist kein Klienteland. Okay, was können wir jetzt hier machen? Moldawien kontrollierte einst Gebiete, die ihm Zugang zum Meer verschafften. Es wäre zu unserem Vorteil, wenn wir diese ehemaligen Territorien zurückgewinnen und unser Land an den Seehandel des Schwarzen Meers anschließen könnten. Russland erhält das Ereignis die Süd-Bessarabische Retrozession. Aber könnte das nicht zu einem Krieg werden? Warte mal. Ach, unser Name hat sich geändert. Wir sind nicht mehr die Walahai, wir sind jetzt die Vereinigten Fürstentümer. Deswegen hat sich das jetzt alles geändert. Okay. Und auf einmal haben wir sehr einvernehmliche Beziehungen mit dem Osmanen. Okay. Wild. Hm. Jugoslawien weiß ich nicht, Ted. Aber dann machen wir doch jetzt das mit den Russen auch und schauen, was passiert, oder? Das kann ich mir. Ich weiß halt nicht genau, was damit gemeint ist. Die Süd-Bessarabische Retrozession. Ja, wir haben ja mit Russland sehr gute Beziehungen, ne? Wir sind ja höchst freundschaftlich. Schau mal, die Russen schlagen uns sogar einen Verteidigungspakt vor. Den würde ich jetzt auch annehmen erstmal noch. Aber kommt da jetzt noch gleich was mit dieser Retro... irgendwas? So, wir haben jetzt die Nationalgarde. Oh, tatsächlich! Die Russen haben uns einfach gerade Russisch Stubrutscher gegeben. Rumänisch Bessarabien und Rumänisch Stubrutscher. Was ist das jetzt hier? Gehört das jetzt uns? Das gehört jetzt uns. Ha! Sehr schön! Beste Beziehungen mit den Russen. Das heißt, wir inkorporieren beide Länder direkt. Okay, wie viele Leute leben da? 200.000 und 19.000. Aber die 200.000... Da haben wir jetzt den Hafen auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Und da können wir nochmal Holz bekommen. Das ist auch gut. Und Fisch sollte für unsere Wirtschaft langfristig auch sinnvoll sein. Sehr schön. So, hier in Dobrutscher gibt es einfach eine Tabakplantage. Ja, das ist doch in Ordnung. Tabak brauchen wir, glaube ich, sowieso. Den Rest haben wir hier völlig unter Kontrolle. So. Wird abgeschlossen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Die Vereinigung der Fürstentümer für 10 Jahre erhalten. Das heißt, wir haben das jetzt hier abgeschlossen, wenn wir einfach für 10 Jahre das weiterhin haben. Mindestens eins davon. Moldawien ist kein Klientel an der Vereinigten Fürstentümer. Dann wird es fehlschlagen. Okay, das heißt, wir sollten jetzt Moldawien nicht annektieren. Oder wie darf ich das verstehen? Weiß das jemand zufällig? Ich würde jetzt gerne die Autorität noch nutzen, dass wir die grüne Graskampagne auch dort drüben machen. Und die soziale Durchlässigkeitskampagne. Und, äh, wir werden noch die Dienstleistungssteuer jetzt abschaffen. Und, gut, in Bessarabien haben wir halt gerade eigentlich echt nicht viel. Da werde ich jetzt erstmal dann die Ressourcen stärken. Immer wieder ein bisschen Polizeigewalt. Ist aber nicht so schlimm. Nationale Wertekampagne. Oder eine Notsozialhilfe. Machen wir mal hier auch noch eine Notsozialhilfe. Ja, ich glaube auch, also, ja, die Personalunion darf nicht zerbrechen. Das stimmt. Aber dürften wir halt... Wir könnten ja theoretisch auch die Personalunion zu einem Klienteland machen. Ähm, aber wenn es sowieso in 10 Jahren ein Event gibt, das aus der Personalunion, dass wir das Land bekommen, dann ist das ja in Ordnung. So, was machen die Österreicher? Die Österreicher haben mit Preußen den großen Krieg zur deutschen Führung. 1845. Ein bisschen sehr früh. Das könnten sie ruhig mal patchen, dass das noch ein bisschen später erst, äh, triggert. Österreich hat Frankreich auf seiner Seite. Frankreich will das Rheinland direkt von Bayern erobern. Bayern kämpft auf der Seite von Preußen. Hm. Interessant. Höchstgradig interessant, das Ganze. So, wir könnten bei der Leibeigenschaft mal wieder die Pachtbauern versuchen. Industrie, Landbewohner und Intellektuelle sind dafür. Aber niemanden, den ich in die Regierung holen könnte leider, die dann legitim genug wäre. Das heißt, wir probieren es jetzt einfach nochmal von vorne. Mit nur 10% Erfolgschance. Die Vereinigten Staaten von Amerika finanzieren uns. Die zahlen uns aber relativ wenig. 1500, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ich frag mich nur, wieso finanzieren die uns? Also, woher kommt das jetzt, dieser Wille? Das verwundert uns doch schon sehr. Ähm, ich hab noch jetzt diese zweite Regierungsverwaltung gebaut. Wie stark hat sich das gelohnt für meine Besteuerungskapazität? Ah, ein bisschen was hat sich schon gelohnt. Ah, sie finanzieren uns nicht mehr. Das war ein sehr kurzes, äh, Thema. So. Brasilien versucht gegen die Sklaverei vorzugehen. Und wie läuft's hier drüben? Russland verliert gegen Frankreich. Ach, Russland ist auf der Seite der, 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 der Preußen. Frankreich verliert hier gegen Bayern. Ah, hier ist eine große Schlacht. Österreich verliert gegen Preußen. Die Welt brennt. Das wollen sie übrigens auch patchen in Zukunft. Äh, dass es nicht mehr diese riesigen Kriege schon zu Beginn gibt. Ne, hä, ist jetzt Russland in dem Krieg? Doch. Wieso wird mir das nicht korrekt angezeigt? Oh, ich hasse es. Ich würde gern einmal eine ordentliche Kriegsübersicht bekommen. Wieso kriege ich das nicht? Wieso kriege ich das nicht farblich eingefärbt? Ach, na gut. Ähm. Ja, Russland ist auf der Seite Preußens. Hm, schauen wir mal, wer den Krieg gewinnen wird. Ich bin gespannt. Ich habe nichts dagegen, wenn Österreich extrem geschwächt wird. Nur wir können da gerade noch nichts machen. Kriegsschiffe sind sehr teuer. Handfeuerwaffen sind immer noch sehr teuer. Wir haben doch... Papierfabrik ist auch... Papier ist immer noch so teuer. Äh, unbemannte Bauernschaften. Ah, da haben wir wieder dieses Problem. Ja, da müssen die Landbewohner mal ein bisschen zurückstecken. Das ist noch nicht der Vereinigungskrieg. Das ist erstmal der Krieg um die deutsche Führung. Wobei, die wollen auch glaube ich jeweils relativ viel Land vom anderen erobern. Also, Preußen will einfach auch noch Meeren und Anhalt direkt erobern. Und Hannoveranisch-Braunschweig. Und... Österreich möchte einfach Preußen demütigen. Und Bayern zum Protektorat erklären. Und die, äh, Franzosen wollen das Rheinland haben. Ähm. Es scheint aber so, dass... Wer gewinnt aktuell? Ja. Für Preußen sieht's grad nicht so gut aus. Zwie-dichtige Verbindungen ist erstmal kein Problem. Eine Revolution in Neuengland. Oh, Mexiko ist besetzt von den USA. Bayern ist zum Teil besetzt. Aber schaut mal hier, Böhm ist auch von den Preußen besetzt. Ja. Und hier an der französischen Grenze... Passiert auch nicht so viel. Da oben aber... Oh, doch. Die Franzosen sind mit Anhalt irgendwie Richtung Berlin vorangeschritten. Die Bayern verteidigen sich. Die Franzosen können gegen die Preußen gewinnen. Also es sieht für Preußen nicht so gut aus. Das ist eher schlecht für uns. Schlecht für uns. Wenn die Österreicher gewinnen, wäre das nicht so toll. So, jetzt haben wir den ersten Rückschlag, den wir in Kauf nehmen müssen. So, wir bauen hier noch fleißig Sachen. Ich würde halt... Einerseits würde ich gerne den Bausektor auch noch weiter ausbauen. Ach, ich habe auch noch immer nicht auf Guseisenbau gestellt. Ich glaube, jetzt können wir es uns aber mal erlauben auf Guseisenbau zu stellen. Eisen ist immer noch ein Problem, aber ich baue ja eine Eisenmine nach der nächsten quasi. Serbien ist immer noch geschützt. Das heißt, wenn ich jetzt Serbien angreifen würde, die würden sogar ein Bündnis machen, aber... will ich eigentlich nicht. Serbien... Am Pharmazeutika... Ich kann auch Serbien... Wieso kann ich eigentlich Serbien nicht angreifen? Ähm... Wieso kann ich hier nicht Staat erobern machen? Weil... Ah, weil wir kein Interesse am Balkan haben. Ja, verstehe. Ich verstehe. So, Kohle ist ein Problem. Auch durchaus noch Eisen. Und Holz. Gut, aber Holz habe ich ja schon ausgebaut. Und in der Wallachai ansonsten läuft es, glaube ich, ganz gut. Eisen bauen wir einfach weiter aus. Kohle auch noch ein bisschen verstärkt. Und um ehrlich zu sein, brauchen wir halt tatsächlich auch einfach mal eine Armee. Wenn wir hier noch in Zukunft dann Kriege führen wollen. Aber aktuell können wir ja noch Geld sparen, sage ich jetzt mal. Wie sind denn unsere Ortspreise für... Eisen und... Wie kann denn der... Warte mal, ach, der Marktpreis hier. Ne, ich wollte den Ortspreis, der teuer ist. 35... Der ist doch günstig im Vergleich zum Marktpreis. Eisen ist auch sehr günstig, weil wir da sehr viel produzieren. Im Vergleich zu unserem Bedarf. Äh... Holz könnte besser sein, tatsächlich. Äh... Werkzeug ist ziemlich gleich auf. Das heißt, wir könnten uns noch eine weitere Werkzeugfabrik... Wäre sinnvoll, vermutlich. Lebensmittelfabrik wahrscheinlich auch noch. So, Stahlberg packe ich ein bisschen weiter nach unten. Und ja, ganz Preußen ist schon besetzt. Die Preußen verlieren den Krieg. Wobei... Ah, jetzt. Minus 13, ja. Krass, die Preußen verlieren den Krieg. Das heißt, Österreich wird Preußen demütigen und Österreich bekommt die deutsche Führung. Oh, das ist hart. Und Frankreich bekommt das Rheinland von Preußen. Das ist natürlich sehr schlecht für uns, dass die Preußen mit Russland so verlieren. Aber wir bekommen wieder ein paar Radikale. Aber wir sind schon in der Annahmephase dieses Mal für die Pachtbauern. Wir sind kurz davor, dass wir endlich die Leibeigenschaft wegbekommen. Ressourcenboom in Rumänisch, besser Arabien. Verstehe. Ich verstehe. Prestigetechnisch könnte es noch ein bisschen besser sein. Aber wenn wir die Armee einmal vergrößern, glaube ich, wird das weniger problematisch werden. Grundausbildung. Was fehlt mir denn dafür? Generalstäbe. Ähm... Ah, hier drüben. Ja. Die Vereinigten Staaten finanzieren uns immer wieder und dennoch machen wir Minus. Wo... Wo fliegt denn das ganze Geld gerade hin? Na gut, in den Bausektor natürlich. Haben wir so gute Beziehungen? Wieso haben die die Beziehungen mit uns verbessert? Was... Was interessiert denn die USA? Beziehungen mit der Wallachai? Hä, wartet mal. Ach, Frankreich? Nee. Jetzt bin ich aber verwirrt. Das Rheinland ist nicht an Frankreich gefallen. Sagt bloß, die haben den Weißen Frieden gemacht. Obwohl Preußen eigentlich am Ende war. Nee. Hä? Ein Moment. Bayern wurde auch kein Protektorat. Aber Preußen hat auch nicht Meeren erobert. Aber Anhalt wurde erobert. Anhalt wurde erobert, glaube ich, oder? Nee, wurde nicht erobert. Hä? Haben die jetzt den Weißen Frieden gemacht? Ich weiß es nicht. Ganz kurios. Ganz, ganz kurios. Egal. Wir haben jetzt die Pachtbauern. Da freuen wir uns drüber. Und wir können jetzt endlich einen Gesundheits- und ein Bildungssystem holen. Ähm, wir machen jetzt erstmal das Gesundheitssystem, würde ich sagen. 15% Chance. Die Kirche haben wir ja im Boot. Und das sollte dadurch einen Vorteil bringen. Schauen wir mal. Ob wir uns dadurch ganz gut aufstellen können. Ah, wir bräuchten mehr Besteuerungskapazitäten. Ich weiß halt nicht, ob sich das wirklich lohnen würde. Uns fehlt aber auch tatsächlich, äh, Bürokratie. Eine Gesundheitssteuer. Die würde aber die Erlass-Erfolgschance erhöhen. Um 30%. Während das beschlossen wird. Ja komm, die tausend zahl ich. Haben wir eine 46%ige Erfolgschance. Das nehme ich. Du brauchst nur noch den osmanischen Teil von Dobutschern, dann kannst du Rumänien gründen. Ja, so ist es. Ne, Moldawien muss scheinbar auch noch offiziell direkt mir gehören. So, jetzt haben wir uns hier alles geholt. Kolonien interessieren uns erstmal nicht, würde ich sagen. Ähm, Wirtschaft ist wichtig. Konserven mit dem Fisch. Eisenbahn dann. Backpulver. Ja, wir werden jetzt sehr stark auf Industrie gehen. Ähm, bisschen Militär brauchen wir aber auch. Das Problem ist, eine Universität kann ich mir aktuell geldtechnisch absolut nicht leisten. Denken und Einwände. Intellektuelle. Ah, wenn ich jetzt halt noch eine Regierungsverwaltung baue. Wird das auch wieder kosten, ne? Bauen wir das trotzdem noch. Ah, mehr Migrationsanziehung in der Wallachai, das machen wir doch gerne. Auch wenn die Oberschicht dadurch ein bisschen radikaler wird. Master, das ist seit zwei Patches öfters so. Da werden kleine Frieden geschlossen in Österreich, bekommen die deutsche Führung und alle anderen Kriegsziele fallen weg. Nach ein paar Jahren geht der Krieg dann wieder von vorne los. Und je nachdem, wer gerade gewinnt, fallen Gebiete weg oder die Führung tauscht. Ah, okay. Okay. Ja, das ist mir aber auch schon ein bisschen aufgefallen, dass es irgendwie sehr oft diese Kriege gibt. Osardin in Piedmont unterstützt Muaskar gegen Frankreich. Und in Frankreich haben wir Louis-Napoleon an der Spitze. Bonaparte, natürlich. 86% Erfolgschance jetzt für die Krankenversicherung. Dann brauchen wir sowieso mehr Bürokratie. Oh, hier wird auch eine Schiffswerft gerade gebaut von den Privaten. Das ist gar nicht so dumm. Langfristig werden wir das benötigen. So, wie läuft's im Journal? Aha, das sieht hier gut aus. Die Vereinigten Fürstentümer urban. Ne, wartet mal. Einer für hier. Alle für einen. Noch fünf Jahre, glaube ich, müssen wir jetzt warten. Noch fünf Jahre. Und dann kommt das nächste Event hier. Quasi. So, Freunde, jetzt haben wir aber bald kein Geld mehr. Ähm. Ich glaube, ich muss den Bausektor gleich einfach mal pausieren. Um wieder ein bisschen unsere Finanzen aufzufüllen. Und Papier. Warte mal. Wir haben eine inakzeptable Regierung. Wie konnte denn das auf einmal passieren? Hä? Kann mir das jemand erklären? Aus dem Nichts plötzlich. Wir waren bei 100 vor kurzem noch. Und jetzt ist das hier richtig inakzeptabel geworden. So, aber die Krankenversicherung würde ich mir gerne noch holen. Und danach brauche ich auch noch das Bildungssystem. Wir könnten höchstens noch die Steuern einmal hier senken. Dass es wieder ein bisschen, ähm, legitimer ist. Hä? Und jetzt mache ich wieder Plus. Was? Woher kommt jetzt das Plus, was wir da kurz hatten? Hm. Wir pausieren jetzt auf jeden Fall mal. So, die Besteuerungskapazität. Daran arbeiten wir doch jetzt mit der Regierungsverwaltung. Aber Papier ist halt teuer. Das ist ein größeres Problem. Dementsprechend bauen wir noch eine weitere Papier. Wobei wir produzieren ja schon 40 Papier, nicht wahr? Wie sehen denn die Ortspreise für Papier? Wir produzieren so viel, wie wir eigentlich verbrauchen. Verstehe. Bayern hat die Diplomatieforderung, bayerische Autonomie zu verringern akzeptiert. Ach, du Schande. Was? Bayern wurde ein Dominion der Österreicher. Oh Gott, armes Bayern. Ja, so viel zu... So viel zu, ne, Österreich und so weiter. Ich würde behaupten, dass Österreich jetzt hier relativ stark dasteht. Das ist ein Problem für uns. Wenn nicht mal Russland und Preußen das Gemeinschaft schafft, die Österreicher zu bezwingen, dann wird das eher knifflig für uns werden. Aber wir sollten mal mit den Briten auch noch unbedingt Beziehungen verbessern, bitte. Krähennebel, ich grüße dich. Als jemand mit ausreichend Victoria 2 Erfahrung, wie steil ist hier die Lernkurve? Du meinst, ähm, wie schnell man hier in Victoria 3 das Spiel lernen kann? Deutlich einfacher als in Victoria 2, würde ich behaupten. Sehr gute Lernkurve. Leichtes Reinkommen, äh, man versteht schneller, um was es geht. Also, es ist deutlich einfacher als Victoria 2, ähm, Krähennebel, um es zu verstehen. Hulde Dracula, der macht das mit den Vampiren. Ja, ja, unser Gott Walter, natürlich, natürlich, natürlich. So, komm schon jetzt, Krankenversicherung, bettlägerige Regierung, das brauche ich nicht. Oh Gott, das ist schon wieder schlimm. Und Legitimität würde wieder sinken, ja komm. Dann ist es jetzt so, dann ist die Legitimität jetzt wieder geringer. Unsere Regierung ist grad, ah, wobei, ne, das passt auch noch. Unsere Regierung ist geschwächt, leider. Äh, was haben wir denn hier? In Rumänisch, Dubruca, läuft's grad nicht so toll, aber da leben halt auch nur 18.000 Einwohner, ne, muss man sagen. Da hungern halt die Armen, während die Reichen richtig reich sind. Da könnte man jetzt natürlich eine Notsozialhilfe mal, ja komm, für die 18.000 von mir aus. Ja genau, danke, ich verstehe grad nur Bahnhof. Äh, ich hab auch ein, oder Tutorial-Videos gemacht auf meinem YouTube-Kanal, Krännebel. Gerne mal Ausrufezeichen YouTube, dann kommst du da hin. So, ja eine Universität würde sich wahrscheinlich noch nicht so richtig für uns lohnen. Unser Innovationslevel könnte schon höher sein, aber durch nur eine Universität würden wir halt aktuell auch nur das um zwei steigern lassen. Also das können wir uns einfach auch finanziell nicht leisten, eine Universität zu bauen. Wir sind einfach technologisch rückschrittlich. Wir brauchen jetzt dringend die Bildungsoffensive, wenn endlich die Gesundheits-, äh, das Gesundheitsgesetz mal durchgeht. Der große Unterschied zu Victoria 2, den kann ich dir auch erklären, er ist guter Frank. Ich hab sehr, sehr viel Victoria 2 gespielt. Ähm, das größte Problem ist tatsächlich, oder das, nicht das größte Problem, der größte Unterschied ist die Militärführung. In Victoria 2 hast du noch, wie in Europa Universalis oder in den anderen Paradox-Spielen, deine Armeen auf der Karte wirklich einzeln herumgeschickt und mit Einheiten ausgetauscht und damit Kriege geführt. Das war ganz anders, als es jetzt hier der Fall ist. Hier in Victoria 3 ist der Fokus viel stärker auf Wirtschaft und Innenpolitik, als er in Victoria 2 war. Genau. Ein Skandal hier mal wieder, ja dann soll er sich aus der Politik zurückziehen, das ist schon wieder jemand von der orthodoxen Kirche gewesen, sowas. Ja, unser Lebensstandard ist echt noch sehr unschön. Der muss noch besser werden. Jetzt haben wir die öffentliche Krankenversicherung, sehr gut. Und jetzt würde ich mir direkt gerne die Bildung holen wollen. Ah, jetzt ist die Legitimität auch wieder hochgeschossen. Ich verstehe das nicht, aber okay. Ah ja, ne, öffentliche Schulen kann ich mir ja gar nicht holen, ne. Ja, dann holen wir uns jetzt die Kirchenschulen, würde ich sagen. Die hatte ich mir zuletzt nicht geholt, weil wir noch Leibeigenschaft, glaube ich, hatten. Ja, aber öffentliche Schulen, ähm, Leibeigenschaft haben wir nicht mehr. Aber wir haben halt noch die Staatsreligion und die werden wir nicht so einfach ändern können, würde ich behaupten. Genau, Staatsreligion. Das ist mehr als unrealistisch. Ja, ne, dann holen wir uns jetzt die Kirchenschulen. Äh, Bildungszugang plus 10%. Ja, machen wir das, 16% Chance. Zwetschenflag, ich grüße dich. Doch, wir haben den ganzen Nachmittag über ganz, ganz viel Pioneers of Pagonia gespielt. Ähm, und jetzt aber wollten wir mal, oder wollte ich vor allem wieder Victoria 3 auch spielen, weil ich wieder Lust dazu hatte. Ähm, aber du findest ja ganz viele Videos zu Pioneers of Pagonia auf meinem YouTube-Kanal. Gerne mal vorbeischauen. Die haben leider noch recht wenig Aufmerksamkeit bekommen, also würde mich sehr freuen, wenn ihr da vielleicht wenigstens ein Like mal dort lasst, dass die Videos ein bisschen besser wieder vorgeschlagen werden. Also die Besteuerungskapazität ist jetzt irgendwie auch nicht besser geworden, obwohl ich eine Regierungsverwaltung gebaut habe. Wie kann denn das sein? Das verstehe ich nicht so ganz. Mittlerweile haben wir auch fast alles mal gebaut. Na, Motorenwerk. Ja, Motorenwerk brauchen wir dann in Zukunft auf jeden Fall noch, wenn wir auf Eisenbahn gehen werden. Wegen der Legitimität musst du auf die Gesinnung der Fraktionsanführer achten. Je unterschiedlicher die Gesinnung, desto illegitim und andersherum. Ah, dann war das jetzt wahrscheinlich Jutesto natürlich, weil der zurücktreten musste und jetzt haben wir einen neuen und der ist Kriegstreiber. Und unser Grundbesitzer ist auch Kriegstreiber. Na, dann verstehen die sich doch wunderprächtig, die beiden Kriegstreiber, Halunken. Sehr gut. Alle für einen sind wir jetzt fast bei 60%. Sehr gut. Papier und Werkzeug ist immer noch sehr teuer. Das heißt, wir werden mal das hier ein bisschen nach oben katapultieren, bitte. Und jetzt werden wir mal den Bau wieder fortsetzen. Disziplinierung und Bestrafung. Die Bedeutung von Disziplin in unserem neuen Gesetz in der Kirchenschule wurde von den Streitkräften in den Plänen für das neue Bildungssystem als verbesserungswürdig erachtet. Ähm, ja, dieses Thema in das Schulsystem einzubinden ist von größter Bedeutung. Klingt gut, dann kannst du hoffentlich auch bald das Bauernmilitär ablösen. Oh ja, das müssen wir auch noch machen. Stimmt, wir haben immer noch diese Bauernregimenter, damit können wir nicht unbedingt große Kriege führen. Und wir haben ja durchaus noch Kriege vor gegen Österreich und theoretisch auch noch gegen Russland irgendwann, weil die haben ja auch noch ein rumänisches Gebiet mit Bessarabien. Und vom Osmanen brauchen wir noch Dubrutscher. Aber, ja, sagen wir mal, das ist sehr große Zukunftsmusik. Weizenfelder werden in Rumänisch Bessarabien gerade gebaut. Gibt es überhaupt Arbeitslosigkeit? Warte mal, kann ich denn die Arbeitslosigkeit mir wieder angucken, wie das früher möglich war? Ähm, ne, hier wollte ich gucken. So, in der Wallachai haben wir 493.000 erwachsene Arbeiter suchen nach Arbeitsplätzen. Nur 16 sind arbeitslos, okay. In Rumänisch Bessarabien haben wir keine Arbeitslosen, aber 56.000. In Rumänisch Dubrutscher gibt es 900 Arbeitslose. Vielleicht sollten wir in Dubrutscher irgendwas Kleines mal planen. Aber die könnten auch einfach im Tabakwerk arbeiten. Wieso tun sie denn das nicht? Weil es wahrscheinlich irgendwie bestimmte Berufsgruppen sind. Kannst du Moldawien schon an dich binden integrieren? Äh, they call me nobody. Ich hab gedacht, wir warten jetzt mal diesen Journaleintrag ab. Vielleicht passiert das ja automatisch dadurch. Deswegen würde ich damit jetzt erstmal noch warten wollen. Gschetti, schönen guten Abend, hallo. Bevor wir wollen Darwin als Klienteland enger an uns binden. Also hätte ich jetzt mal vorgeschlagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich weiß halt jetzt nicht, was kommen wird. Das ist für mich jetzt auch neu. Ich spiele auch das erste Mal mit Rumänien jetzt bald in Zukunft. Ein beliebter Dramatiker, das ist doch fantastisch. Der bringt uns jetzt nämlich 20 Prestige. Und dadurch werden wir nach oben katapultieren. Alter, von Rang 72 sind wir jetzt auf Rang 34 hochgeschossen. Wow. Wir sind jetzt eine Kleinmacht geworden. Aktuell können wir keine höheren Macht als Kleinmacht haben. Ähm, weil die Osmanen uns als Protektorat eben haben. Können wir denn jetzt ein Interesse noch irgendwo in der Welt erklären? Ja. Dann nehmen wir doch den Balkan, weil da könnten wir tatsächlich eventuell Kriege gegen Serbien führen, wenn es soweit ist. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit, wie ich finde. Interessante Möglichkeit. Auf nach Serbien, schreibt PES wenn schon. Ja, ja, ja. So. Mal kurz zwischenspeichern. Perfekt. Übrigens, kennt ihr schon die Möglichkeit, über meinen Rabatt-Link bei HelloFresh zu bestellen, dass ihr da deutlich Geld einsparen könnt. Falls euch das interessiert, gerne mal reinschauen. Ich packe euch den Link mal rein. Ihr könnt bis zu 120 Euro sparen. Ich habe heute erst wieder von HelloFresh meine Lieferungen bekommen und schon gekocht. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. So. Ich bin mal kurz eine Minute weg. Und ich bin gleich wieder da. Hahaha. Stuffer. Und ich bin gleich wieder da. Dann machen wir hier weiter. Bis gleich in einer Minute. Ich bin erschütτηc. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lohnt es sich denn, Regierungsverhältnisse zu senken, lohnt sich tatsächlich auch nicht. Hmm. Ich könnte hier die Steuern mal wieder steigern. Die Regierung ist relativ legitim. Wir erhöhen mal wieder die Steuern, dass wir ein bisschen mehr sparen. Proposition bringt Forderungen hervor. Oh, das erhöht unsere Chance auf die Kirchenschule. Das finde ich sehr gut, das machen wir. Das findet zwar die orthodoxe Kirche nicht so gut, aber damit können wir auf jeden Fall leben. Rodagasto, aber willkommen in der Wallachei. Beziehungsweise mittlerweile ist es nicht mehr die Wallachei, sondern die Vereinigten Fürstentümer und in Zukunft hoffentlich Rumänien. Das wird auf jeden Fall noch die Herausforderung werden. Dieser berühmte Dramatiker, der hat uns echt nochmal diesen Sprung nach vorne wiedergebracht. So, das bessere Verfahren bringt uns aktuell noch nichts. Psychiatrie, ja, die bringt uns Bürokratie. Vorteile. Willst du das Achievement machen? Nö, ich bin keiner, der Achievement macht. Ähm, aber ich will halt Rumänien gründen. Rodagasto. Ich will halt Rumänien gründen, das interessiert mich halt einfach. Aha, jetzt haben wir mal ordentlich Bürokratie hier. Gesundheitssystem muss nach oben gepackt werden. Das erhöht ja auch unseren Lebensstandard. Wir brauchen auch bald noch mehr Bürokratie, wenn jetzt die Kirchenschulen kommen, weil die Bildung müssen wir auch ganz dringend nach oben bekommen. Jetzt machen wir leider relativ schnell sehr viel Minus, was uns zu Krediten führt. Ah, das ist doch wieder diese Sache von ganz unten. Aber wir haben jetzt eine Chance von 50%. Ich würde sagen, da holen wir uns doch nochmal 400.000 oder noch mehr Loyalisten. Tadam, 754.000 Loyalisten. Die Walachai steht hinter ihrem Fürsten, würde ich sagen. Ja, da gibt es eins dazu, das finde ich ganz spannend. Geht da auch darum, die Rumänien zu gründen. Ja, schau an. Dann machen wir das ja quasi. Jetzt ist Holz und Papier sehr teuer. Und wir haben schon... Warte mal, wie können wir denn in der Walachai einen niedrigen Marktzugriff haben? Das ist doch unsere Hauptstadt. Infrastruktur wird ein Problem. Ja, wir brauchen dann jetzt tatsächlich bald auch mal die Eisenbahnen, aber... Da dauert die Forschung noch ein bisschen, bis wir die Eisenbahn haben. Dann müssen wir... ...nach den Generalstäben direkt die Eisenbahn machen. Und dann... ...danach das. So. Machen wir es so. So, jetzt haben wir die Kirchenschule. Perfekt. Und ein Gesetz über ansteckende Krankheiten. Mh, bezüglich der Prostitution. Das würde in der Walachai aber den Lebensstandard senken. Näh. Das mache ich sicher nicht. Da kann die orthodoxe Kirche noch... Also auf keinen Fall. So, dann müssen wir direkt auf Stufe 3 kommen. Das kostet uns schon alleine... ...40, 60, über 70. Das würde uns jetzt sehr viel Bürokratie alles kosten. Und ich muss jetzt auch leider erstmal wieder den Bausektor pausieren. Weil ich will jetzt nicht zu sehr ins Minus kommen. Weil das Schlimme finde ich bei dem Minus ist, dass es halt auch Zinsen verursacht. Und diese Zinsen... Irgendwann muss ich so viel Zinsen zahlen, dass ich halt nicht mehr ins Plus komme. Und das will ich halt verhindern. Deswegen lassen wir das mal. Was? Österreich macht irgendwas wegen Marktöffnung gegen Japan? Und es hat... Oh, Japan hat jetzt wahrscheinlich seinen Markt geöffnet, oder? Schätze ich mal. Und sozusagen zurückgedrängt. Interessant. Unser Bruttoinlandsprodukt ist übrigens Rang 30 in der Welt. Das ist schon relativ stark. Die Bildung ist Rang 78. Das könnte... Da machen wir jetzt ja eine Bildungsoffensive, sage ich jetzt mal. Lebensstandard ist echt katastrophal. Aber das liegt wahrscheinlich jetzt vor allem auch an Toprutscher hier. Wobei da leben nur 18.000. Das könnte ich... Das verstehe ich nicht so richtig. Popwachstum ist ganz gut. Wie ist denn die Migrationsanziehung? Oh ja, die Migrationsanziehung... Ist ganz in Ordnung. Hohe Migrationsanziehung. 15,7. Das ist eine sehr gute Migration. Wobei wir doch geschlossene Grenzen haben. Kann da überhaupt jemand einwandern? Ich kann auch die geschlossenen Grenzen nicht öffnen. Oh, die würden sich knapp radikalisieren. Leider. Die Grundbesitzer. Auf minus 10. Verdammt. Hätten jetzt nicht die Grundbesitzer so glücklich sein können. Kein Kolonialamt. Oh, die Grundbesitzer sind für Kolonialamt. Das könnte unser Problem lösen. Die Landbewohner sind... Äh, die Landbewohner sind randständig. Das ist jetzt aber, glaube ich, weniger das Problem. Holen wir uns doch die Koloniale Ausbeutung. Oder wir holen uns die Berufsarmee. Da sind die Grundbesitzer auch dafür. Wir holen uns jetzt erstmal... Die Berufsarmee. 46%. Und dann müssten doch die Grundbesitzer so glücklich sein, dass wir die Sklaverei verbieten können. Oder? Was meint ihr? Handfeuerwaffen sind auch wieder so teuer im osmanischen Markt. Ich sag mal so, dann läuft unsere Waffenfabrik wahrscheinlich, äh, relativ gut. Brauchen wir uns nicht beschweren. Ich sag mal so, unsere Sachen laufen allgemein sehr gut, nur die Glashütte nicht. Ähm, Kristallglas scheint sich da auch nicht groß zu lohnen. Oh, das Osmanische Reich hat Diplomaten ausgewiesen. Das könnte so ein Zeichen sein. Wir werden mal noch ein bisschen Keramik hier herstellen. Haltenwidrigkeiten zum Trotz. Obwohl sie nach der rumänischen Gesetzgebung keine vollen Rechte genießen, haben einige wohlhabende Bewohner, die der türkischen Kultur angehören, damit begonnen, in Nachbarschaften zu ziehen und Einrichtungen zu besuchen. Hm. Wie viele Türken haben wir denn in der Wallachai? Ich glaub, wir haben so wenige, dass die gar nicht richtig angezeigt werden. Das sind 8000 oder so. Das ist ja wirklich völlig vernachlässigbar. Dachte man kann's, äh, haben wir denn Wasserzugang? Dachte man kann's uns nicht kolonisieren. Ja, wir haben schon von Russland Tobrutscha bekommen. Wir müssen halt nur noch Moldawien quasi annektieren langfristig dann. Dann kann man kolonisieren. Also wir kriegen das schon hin. Wobei, wir bekommen insgesamt plus 50% Radikale durch Diskriminierung. Das ist wiederum blöd. Die 2% türkischen Pops wären überhaupt kein Problem, aber 50% zusätzlich... Das find ich wieder schwierig. Ja, dann nehmen wir doch das da unten. So. Ja, das ist mega gut gewesen, weil wir so gute Beziehungen mit den Russen hatten, haben die Russen uns das gegeben. Ja, das ist so, wir haben einen schon, wir haben schon Naleinträge. Und dann konnten wir da draufklicken. Und dann, äh, haben wir mit Russland auch noch einen Verteidigungspakt gemacht. Ja, entschuldigt. Und dann haben wir uns die das gegeben, tatsächlich, ja. So, wo Zwietracht herrscht? Das erhöht direkt unsere Chance. Perfekt. Auf 64%. So, aktuell zahlen wir unsere Kredite wieder weg. Oh, ich sag mal so, wenn wir aus dem osmanischen Markt rausfliegen, dann werden wir so unfassbar viel Eisen haben. Das wird auch ein Problem sein. Ah, wir haben die Beziehungen mit den Briten, glaub ich, ge... ähm, verbessert. Und jetzt kommt wieder ein Event für Rumänien. Und zwar folgendes. Wacht auf, Rumänien! Unsere Personale nun mit Moldawien ist vollendet. Unsere Bande sind fest, unser Wille unnachgiebig. Gemeinsam sind wir Rumänien. Wacht auf, Rumänien, aus eurem Todesschlaf brüllt die Menge. In den euch barbarische Tyrannen versetzten. Jetzt oder nie, pflanzt die Saat eines neuen Schicksals. Vor dem sich sogar eure grausamen Feinde beugen. Tricolor flatterten im Wind. Kinder wurden hochgehoben, damit sich dieser Augenblick in ihr Gedächtnis einprägt. Gemeinsam sangen die Menschen ein Lied, das sie noch nie zuvor gehört hatten, doch dessen Text sie bereits in ihren Herzen trugen. Einigkeit im Leben und Brüderlichkeit im Tod. Die Vereinigten Fürstentümer wird Moldawien annektieren. Ja, hervorragend. Wir müssen tatsächlich nichts gegen Moldawien machen. Und die Vereinigten Fürstentümer wird Rumänien. Rumänien ist gegründet. Wundervoll. Und Moldawien gehört uns. Ui, 194 Bürokratie kostet das jetzt? Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Haben die keine Regierungsverwaltung? Ja, das erklärt einiges. Dann müssen wir hier eine Regierungsverwaltung mal... Doch, die haben eine Regierungsverwaltung. Nicht ausreichend, sage ich da. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal Moldawien ganz genau an. Die haben 1,5 Millionen Einwohner. Wir haben in Wallachai 2,4. So, Moldawien ist aber sehr zufrieden, würde ich sagen, bei uns, mit uns. Das passt alles ganz gut. Wir haben auch eine Lebensmittelfabrik hier. Möbel, Waffen, Werkzeug und Tuch. Ich glaube, das Tuch ist auch sehr gut. Das hat uns gefehlt. Das ist richtig gut. Haben wir überhaupt eine Tuchfabrik gebaut? Gut, ja. Ah, da fällt mir ein. Hier habe ich aber noch nicht auf Färberei verbessert. Und auf Handnäherarbeiten. Na, schau an. Gut, dass ich das gesehen habe. Hier gibt es noch eine Lebensmittelfabrik, schon mit Süßungsmitteln. Da könnten wir eine Brennblase theoretisch machen. Dann werden aber die Lebensmittel hier teurer. Lohnt sich das? Weiß ich nicht. Sehen wir dann. Ja, die Waffenfabrik läuft so semi gut. Ah, hier haben wir auch noch Eisen. Wie viel Eisen wir einfach haben werden, hier in der Region. Haben wir auch schon die atmosphärische Dampfmaschine. Kohle ist ein bisschen ein Problem. Okay. Ah, hier gibt es auch noch Holz. Hartholz haben wir aber erstmal kein Problem. Okay. So, die Viehhöfe. Haben wir verbesserte Wollgewinnung. Wieso ist da ein Ausrufezeichen? Hm, weiß ich nicht genau. Und eine Universität haben wir da sogar. Okay. Direkt mal auf Institut für Philosophie ändern. Das erhöht unsere Innovation. Aber sehr viel Innovation bekommen wir dadurch natürlich nicht. So, jetzt warte ich mal noch darauf, dass wir das hier haben. Äh, wie lange dauert denn das noch? Zwölf Wochen. Drei Monate. Warte, okay. Und wir haben jetzt die Berufsarmee. Das ist auch sehr gut. Und jetzt können wir doch hoffentlich die Sklaverei abschaffen. Ja. Und die Grundbesitzer haben kein Problem damit quasi. Fantastisch. Weg mit der Sklaverei. Schauen wir mal, ob wir es schaffen können. 15% Chance. So, jetzt kann ich eigentlich den Titel schon direkt ändern. Russland in Rumänien. Rumänien in Victoria 3. Perfekt. So, weiter geht's. Mit Russland haben wir immer noch unseren Verteidigungspakt, oder? Ja. Das beruhigt mich erstmal. Auch wenn die Russen halt nicht die besten Truppen haben, aber sie haben 314. Also gegen den Osmanen müsste das eigentlich schon mal hilfreich sein. Und bei Österreich schwierig zu sagen. Habe ich jetzt eigentlich schon Plänkel? Ne. Gleich. In 14 Tagen kann ich Plänkel-Infanterie nutzen. Nächstes Ziel sind die historisch-rumänischen Gebiete. Ja, selbstverständlich. Das heißt, wir müssen ganz viele Sachen von den... ...von den Österreichern erobern. Wir werden jetzt erstmal unsere Linien-Infanterie zu Plänkel-Infanterie verbessern. Dann brauchen wir jetzt aber auch Munition. Die Osmanen haben Beziehungen beschädigt. Aber wir sind sogar noch auf herzlich. Sollen sie ruhig weiter beschädigen. Habe ich nicht. Ich wollte, glaube ich, Munition... ...ne Munitionsfabrik bauen. Die müssen wir mal ein bisschen höher setzen. Ähm... Russland möchte, dass wir seiner Zollunion beitreten. Oje. Yunus Akbas wird aus dem Osmanischen Reich verbannt. Gehöftbauer, das interessiert mich nicht. Ah, warte mal. Ah, die Osmanen haben uns aus ihrem Markt geschmissen. Deswegen wollen die Russen uns jetzt in ihren Markt holen. Jetzt schaue ich mir erstmal kurz meinen eigenen Markt an. Um einen kurzen Überblick zu bekommen. Weil eigentlich müsste... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen. Eigentlich müsste unser Markt sehr gut ausschauen. Uns fehlen halt so viele Kleinigkeiten. Kaffee, Obst. Wir haben gar kein Obst. Luxusmöbel teilweise. Tabak sehr viel. Wieso? Wieso haben wir so viel Tabakverbrauch? Popbedarf. Was brauchen die alles? Tabak. Zucker und so weiter. Also uns fehlt schon eine Menge. Vor allem fehlt uns Weizen. Weizen ist sehr wichtig. Äh... Weizen, Zucker, Färbemittel. Dafür haben wir den Rest in großen Mengen. Wie sieht es denn beim russischen Markt aus? Weizen, Zucker, Färbemittel. Hm. Zucker haben die Russen. Weizen haben die Russen auch. Ähm... Färbemittel haben die Russen, glaube ich, überhaupt nicht. Kann das sein? Doch. Haben sie eigentlich auch genug. Was fehlt den Russen? Den Russen fehlt Kaffee und leider auch sehr viel Papier. Das würde unsere Regierungsverwaltung sehr teuer machen. Papier. Aber es ist nur das Papier, sage ich jetzt mal. Das Problem. Eisen fehlt zwar auch ein bisschen und Werkzeug, aber es würde gehen. Ha... Was meinen meine Berater? Wollen wir uns dem russischen Markt anschließen? Ich glaube schon, dass es Sinn macht. Allein was uns alles fehlt. Das könnten wir natürlich mit Handelsverträgen versuchen zu bekommen. Aber das kostet wieder Bürokratie und die haben wir nicht. Äh, und wir haben eh einen Überschuss an Eisen. Also das würde da in den russischen Markt gut passen. Wie viel Papier produzieren wir denn eigentlich? Zu wenig? Das kann doch gar nicht sein. Wirklich? Zu wenig? Habe ich nur zwei Papierfabriken? Okay, wir brauchen dringend diesen Sulfidbreit. Wir brauchen diese mechanischen Werkzeuge. Das ist gerade ganz wichtig. Vor der Eisenbahn, nach der Eisenbahn. Infrastruktur passt gerade wieder. Hm. Weil sie Moldawien nicht so gut passt. Aber ich würde fast sagen, wir brauchen erst den Sulfidbord. Das ist fast wichtiger als die Eisenbahn. Für den Moment vermutlich besser, bis du deinen eigenen Markt gefixt hast. Was ist das Ziel von dem Run? Unabhängiger Markt kann natürlich auch Vorteile haben. Äh, wir wollen langfristig die historischen Gebiete auch erobern. Also Dobrutscher von den Osmanen, irgendwann besser Arabien von Russland. Aber aktuell haben wir so gute Beziehungen mit Russland, dass ich das noch nicht möchte. Und von, ähm, dem Österreicher gibt's ganz, ganz viele Gebiete, die wir alle erobern wollen. Und ich sag mal so, dann haben wir noch bessere Beziehungen mit Russland. Deswegen würde ich das, glaube ich, machen. Würde von deinem Verbrauch Sinn ergeben. Und wenn du in ihrem Markt bist, verteidigen sie dich auch noch wahrscheinlicher. Genau, das glaube ich eben auch. Dann machen wir das. Gehen wir in den russischen Markt. Oh, im russischen Markt fehlen aber auch ein paar Sachen. Ja, Kohle und Papier ist halt das Hauptproblem. Kohle könnten wir ein bisschen noch besorgen. Aber Munition. So, wie sieht's denn jetzt aus? Bildung haben wir. Perfekt. Das heißt, ich werde jetzt beginnen mit der Inkorparierung. Fehlschlag der Legislative. Wuss! Okay, es geht von vorne los mit dem Sklaverei-Verbot. Und ein Skandal in der Wallachai. Oh, nee, schon wieder der Mann da. Dann muss er zurücktreten und wahrscheinlich haben wir jetzt wieder Pech. Nö, wir haben Glück. Die verstehen sich sogar noch besser als vorher. Eine sehr gute, legitime Regierung. Oh, da fällt mir ein, wir können natürlich jetzt auch unsere Autorität wiederum in Moldawien nutzen. Krass, auch wie viel Autorität wir einfach haben. Seht ihr, wie viel Erlasse ich hier einfach habe? Also grüne Gaskampagne, Fertigungsförderung. Oh, da fällt mir aus, wir brauchen jetzt natürlich die Fertigungsförderung auch hier drüben. Das hätte ich schon die ganze Zeit machen müssen. So. Und die soziale Durchlässigkeitskampagne machen wir bitte auch noch. Und den Straßenerhalt. Perfekt. Da haben wir noch ein paar Kredite leider. Das heißt, ich kann den Bausektor gerade nicht anschmeißen. Aber unser privater Bausektor baut immerhin mal Holzfäller in Moldawien. Hatte ich die nicht auch bei meinem Staatsbau irgendwie dabei? Nee. Du bist halt eine autoritäre Monarchie. Jaja, das stimmt, das stimmt. Aber wir hatten ja vorhin auch nicht so viel. Also irgendwo müssen wir noch mal was dazu bekommen haben. Ah, meisterlicher Politprofi. Das erhöht unsere Autorität extrem. Unser Fürst ist einfach richtig gut. Motorenknappheit. Und Zentralarchive. Das bringt uns auch Geld. Das erhöht nämlich die Besteuerungskapazität. Das war jetzt auch wichtig. Damit haben wir immer noch nicht das Maximum erreicht bei der Besteuerungskapazität. Aber es ist besser geworden. Sehr gut. Auch hier werden wir dann noch mal wohl oder übel... Achso, wobei, können wir jetzt nicht... Ah, ja, doch. Wir können das standardisierte Ablagesystem nutzen. Das reicht auch noch nicht, um die Besteuerungskapazität zu erhöhen. Das kann doch nicht wahr sein. Und hier drüben... Kostet halt auch alles Papier, was leider sehr teuer ist, muss man sagen. Reicht auch noch nicht. Das heißt, wir brauchen auch noch eine weitere Verwaltung hier. Eisen war auch ein bisschen knapp, oder? Ah, das geht sogar. Schon wieder ein Fehlschlag. Noch ein Fehlschlag und dann haben wir kein Sklavereiverbot. Schade. So, Konservenfabrik. Wollen wir das gleich nutzen? Das würde halt sehr viel Fisch kosten. Und Eisen. Das müsste aber trotzdem funktionieren. Weil Fisch haben wir auch. Brennblasen für ein bisschen Spirituosen noch. Glaube kennt keine Grenzen. Die orthodoxe Kirche will die Bande mit Serbien enger an uns binden. Ich habe eigentlich die ganze Zeit versucht, die Beziehungen mit Serbien zu verschlechtern, um dagegen auch Krieg führen zu können. Nö. Deswegen lasse ich das mal sein. Oh! Es wurde Österreich-Ungarn gegründet. Schaue sich das einer an. Und der Franziose von Habsburg. Aber das bedeutet doch, dass die nicht mehr die deutsche Führung haben können, die Österreicher, oder? Und Bayern als Dominion. Das ist auch traurig. Und der Ludwig I. von Bayern. Wild. Sehr wild. Das Ganze. Tabak. Oh, warte mal. Wir könnten eine Spirituosen-Steuer machen. Ist die besser als Tabak? 0,3. Die ist bei weitem besser als Tabak. Hier. So eine Spirituosen-Steuer. Die bringt richtig Geld. So. Ja, Kohle und Papier ist ein Problem. Sehe ich ein. Kohle und Papier. Dann baue ich die Papierfabrik hier nochmal aus. Machen wir es mal so rum. So. Rumänien steht doch schon mal ganz solide da. Und das ohne einen einzigen Krieg zu führen. Die Spirituosen-Steuer trifft die Unterschicht aber auch deutlich mehr. Ja, ja, das stimmt natürlich leider. Das will ich halt jetzt auch eigentlich nur als Überbrückung haben. Aber Kleidung wäre ähnlich ein Problem. Ja, und Dienstleistungen vermutlich auch. Das wird jetzt durchaus unseren Lebensstandard etwas drücken. Serbian ist immer noch ein... Serbian ist kein Protektorat mehr. Ähm, das wäre ja unsere Chance. Alleine gegen Serbien zu kämpfen. Die haben aber auch einen Handelsvertrag mit den Russen. Die Osmanen scheinen sie nicht zu schützen. Die sind sehr kriegslüstern, die Osmanen. Ja, die Osmanen könnten sich hier leider trotzdem einmischen. Das Problem ist, ich habe... Doch mittlerweile habe ich ja eine Armee. Aber ich habe keine, ähm... Da müssen wir mal was importieren, tatsächlich. Von den Briten. Wir brauchen die Munition. Wie sieht denn unsere Armee aus? Ja, wir haben nur Plänkel-Infanterie, keine Artillerie. Wir sollten mal wenigstens eine Artillerie... Würde ich behaupten in Auftrag geben in der Wallachai. Eine Kavallerie habe ich ja auch. So. Haben wir hier noch einen guten General? Tatsächlich nicht. Dann bleiben wir bei dem General hier. Leider haben wir ja nicht so viel Goldreserven. Aber jetzt baue ich erst mal... Schnell hier den Bausektor weiter. Mit der Kaserne. Und würde schauen... Ah ja gut, wir müssten halt jetzt einmal... Ähm... Warte mal, wieso können wir jetzt Serbien zum Protektorat machen, obwohl wir noch so gute Beziehungen haben? Das heißt, wir müssen jetzt gar nicht die Diplomaten ausweisen, um das Land zu erobern, sondern wir könnten einfach sagen, Serbien, du wirst unser Protektorat. Und nach einer gewissen Zeit sagen wir dann, Serbien, du wirst unser Dominion, oder? Der kleine Fleck bei Kroatien ist Montenegro, Mojo. Rumänien zwingt Serbien, eine Marinette zu werden. Genau. Machen wir das doch. Vielleicht nehmen sie es sogar an. Sie lehnen die Forderungen ab. Na gut. Können wir eigentlich auch vielleicht mal notfalls hier noch ein bisschen... Das erhöhen, genau. So, weil dann können wir notfalls auch mobilisieren. Kann Serbien auch mobilisieren? Nur drei Einheiten. Das Osmanische Reich stellt sich auf die Seite von Serbien. Das ist ungünstig. Scheinbar könnten wir die Osmanen auch auf unsere Seite bekommen. Oder wir holen jetzt einfach die Russen auf unsere Seite. Und erobern jetzt Dobrutscher. Frank, Österreich-Ungarn ist braun, weil es... Österreich hat Österreich-Ungarn gegründet. Das heißt ja sonst nur Österreich, dann ist es weiß. Und wenn es Österreich-Ungarn gründet, ist es braun. Ja, ich würde sagen, dann holen wir die große russische Armee. Klienteland werden Staat übertragen. Was wollen die denn haben? Moldawien? Ne, ich gebe denen sicher nichts. Ich werde auch kein Protektorat. Ich gebe den Russen eine Verpflichtung, oder? Oder was will denn Österreich haben? Österreich will Moldawien haben? Nein. Na ja, dann nehmen wir die Russen mit einer Verpflichtung. So, Russland stellt sich auf die Seite Rumäniens. Jetzt wird da ein relativ großer Krieg draus. Das Problem ist, jetzt sind die Serben schon sehr ängstlich und könnten klein beigeben. Ich würde jetzt aber gerne noch Dobrutscher dazufügen. Hey, wieso kann ich da jetzt halt nur Staat erobern machen? Und nicht einfach, ähm, das muss doch ein Kerngebiet von mir sein. Staatsrückgabe müsste das doch heißen, oder? So, Dobrutscher fordere ich. Das ist auch meine Hauptforderung quasi hier direkt. Damit haben wir auch kaum Verrufenheit nebenbei bemerkt. Aber wir sollten unsere Armee vielleicht auch mal mobilisieren nebenbei bemerkt. So. Die Frage ist halt auch, bis wann die Russen kommen, ob wir auch unsere Wehrpflichtigen ausheben sollen. Was meint ihr? Sollen wir die Wehrpflichtigen ausheben? Stimmt, die waren irgendwann mal gelb. Das stimmt. Da kann sich die Farbe geändert haben. 3,3 Verrufenheit, ja. Aber Dobrutscher, da leben auch nicht viele Leute, oder? Ja, 280.000. Ja. Aber gut, wenn wir schon mal dabei sind, erobern wir auch noch Bulgarien, oder? Würde ich sagen. Wir vereinen die Rumänen und die Bulgaren vielleicht. Unter einer Flagge. Was haben wir denn hier? Oh, hier gibt es auch Blei. Uns fehlt noch Blei. Südserbien. Südserbien wäre auch noch spannend. Mehr ist immer besser, ja. Also fragen wir noch nach Bulgarien. Das ist auch relativ günstig. Jetzt haben wir aber leider nur noch 11 Punkte. Leider haben wir nicht so viele Schachzugspunkte. Das heißt, wir können auch nichts mehr erobern. Aber wir könnten noch Kriegsreparationen fordern. Von den Osmanen. Ich hoffe doch, dass die Russen ein bisschen mehr schicken. Ich glaube, wir werden die Wehrpflichtigen tatsächlich ausheben. Das wird notwendig werden. Können wir hier auf Zusatzvorräte noch ändern? Ja, perfekt. Das machen wir. Schokolade. Tabak und Spirituosen, bitte. Sanitätsunterstützung haben wir noch nicht. Gut. Ah ja, sieht man gleich, dass das uns natürlich auch ordentlich Geld kostet. Da machen wir uns natürlich gleich auch ordentlich Minus in dem Krieg. Ich würde fast in dem Fall sagen, ich nehme das hier mal weg. Wir holen uns noch irgendeine Verbrauchssteuer. Dienstleistungssteuer. So. Unsere Armee wird weiterhin mobilisiert. Russische Armeen kommen aber leider hier vor allem im Süden. Doch eine Armee ist auch da von den Russen. Fehlt uns irgendwas Wichtiges? Motoren? Ja, Munition fehlt. Ja, ich habe jetzt noch keine Munitionsfabrik gebaut. Müssen wir nochmal von den Preußen was importieren, leider. Wir sind bei voller Organisation, aber nicht ganz bei voller Mannstärke. So, jetzt haben wir noch den Wasserrohrkessel. Wir begeben uns mal an die Front. Und, ähm, hm, das würde sich nicht lohnen, unsere Eisenminen zu verbessern, aber unsere Kohleminen, die werde ich direkt verbessern. Die Schwefelminen lohnen sich, glaube ich, auch nicht zu verbessern, ne, weil Schwefel brauchen wir aktuell noch nicht. Äh, alles auf Sägemühlen auf jeden Fall trotzdem. Drehbänke brauche ich noch, wenn ich das gerade sehe. Sulfidbrei, da brauchen wir noch die mechanischen Werkzeuge. Das erforschen wir gerade noch, oder? Ja. Kommt. Sind die Russen jetzt an unserer Front dabei, oder nicht? Ich glaube, doch, anwesende Länder. Russland. Aber die könnten wir noch ein paar mehr Truppen schicken, die Russen. Das beunruhigt mich tatsächlich ein bisschen. Ich bleibe jetzt erstmal schön in der Defensive. Und schaue, was passieren wird. Ich hoffe doch, die Russen sind stark genug, um uns zu helfen. Unsere Armee sollte auch noch ein bisschen weiter wachsen. Der Rest erklärt Neutralität. So, das wäre jetzt unser erster großer Krieg. Und der könnte natürlich auch schon sehr weit nach hinten losgehen. Was wird denn gegen uns gefordert? Kriegsreparation und, äh, Rumänisch Dubruca. Gut, das wäre nicht so schlimm, das wäre nur ein kleines Gebiet. Also, ich sage mal so, das könnten wir durchaus überleben, wenn wir den Krieg verlieren. Aber jetzt hat sich nochmal was gedreht. Zu unserem Vorteil. Jetzt wieder weg. Hä? Und wieder hin und wieder weg. Verstehe ich nicht. Aber okay. So, der Krieg ist ausgebrochen. Wie sieht's hier aus? Hier sind sehr viele russische Armeen. Da könnten die Russen einfach mal in die Offensive gehen. Machen sie auch. Ja, die Russen im Osten. Oh, die Russen haben richtig schlechte Offensivwerte. Oh mein Gott. Die Qualität ist mal wieder katastrophal bei Russland. Das ist das Problem, wenn du dir mit... Ja, hier, das backt irgendwie herum. Also, ich will mich auch irgendwie nicht in die Offensive begeben, muss ich sagen. Ich bleib da jetzt erstmal in der Defensive. Das Problem ist, es kommen leider noch mehr Osmanen. Die werden uns jetzt eventuell gleich überrennen. Ja. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn die uns jetzt angreifen, könnten sie uns jetzt an unserer Hauptfront überrennen. Und wir können nichts dagegen tun. Aber schau mal, hier im Osten geht's relativ schnell, dass die Osmanen zurückgedrängt werden. Das ist erstmal gut. Solange die bei uns noch nicht in die Offensive gehen und noch nicht angreifen, ist alles noch in Ordnung. Wenn die Russen halt noch ein paar Truppen holen würden, würde das noch einfacher sein. Die könnten noch ein bisschen mehr mobilisieren. Aber im Osten gewinnen sie gerade, die Russen. Ist die Hauptstadt schon Ankara oder ist das noch Istanbul? Ja, ist Istanbul. Okay. Dann ist einfach jetzt mal die Hauptstadt der Osmanen das strategische Ziel. Dass die kapitulieren. Da kann man ja auch aus dem Osten kommen. Ah, jetzt kommen hier noch ein paar Russen an. Neue russische Armeen. Sehr gut. Hier gehen die Russen bei uns überhaupt nicht in die Offensive, interessanterweise. Aber solange sie den Osten des Osmanens erobern, habe ich gar nichts dagegen. Und wir greifen einfach nicht an. Wir haben zwar ein bisschen Zermürbung. Aber damit kann ich leben. Ah, jetzt gibt es die ersten Schlachten. Jetzt greifen die Russen die Osmanen an. Und sie gewinnen. Was ist denn mit der osmanischen, ähm... Moral? Die ist ja völlig katastrophal. Aber hier hält die osmanische Armee. Aber bei der anderen Schlacht scheinen die Russen in Unterzahl eventuell zu gewinnen, ja. Kontrollierter Rückzug der Osmanen. Tatsächlich. Da haben sie was gewonnen. Und hier verlieren die Russen, obwohl sie in Überzahl gekämpft haben. Verrückt. Okay. In Anatolien aber überrennen sie den Osmanen weiterhin. Das läuft doch ganz solide. Aber stellt euch nur mal vor, das ganze Geld, was der Osmanen uns zahlen wird, wenn wir gewinnen. Die Osmanen haben einen Ressourcenengpass. Ja, das könnte tatsächlich sein. Ich würde sogar fast den Bausektor wieder anwerfen. Und da stehen sie schon in Istanbul, die Russen. Konstantinopel, Istanbul fällt an Russland. Ja, wobei noch nicht ganz, wenn ich das richtig sehe. Doch, ist es schon gefallen. Jaja, jetzt kommen die Russen. Jetzt räumen die einfach schön von hinten auf. Gar kein Problem. Wir müssen einfach nur die Front halten. Bedenken und Einwände. Ja. Nein. Kein Lebensstandard reduzieren, bitte. Schon wieder fehlgeschlagen. Wir haben es nicht geschafft, die Sklaverei zu verbieten. Dreimal ist es fehlgeschlagen. Traurig. Ui, Russland schlägt uns sogar ein Bündnis vor. Da habe ich nichts dagegen. Russland führt, glaube ich, nicht so viele aktive Kriege. So wie Preußen oder so. Ähm, da habe ich, glaube ich. Also die Russen haben halt echt nicht die beste Armee, muss man leider sagen. Aber ich sage mal so, wenn wir dann gegen den Österreicher Krieg führen wollen, ha, besser als nichts. Das ist halt jetzt aktuell unsere Option, die wir haben. Sage ich jetzt einfach mal. Ja, im Osten gibt es das Himmlische Reich. Ja, gegen China kämpfen sie vielleicht. Das ist dann halt so. Daran habe ich auch gerade noch gedacht. So, wir machen ein neues strategisches Ziel, bitte. Serbien ist jetzt das nächste Ziel. Das ist ja auch unser Kriegsziel, deswegen müssen wir da vorwärts kommen. Ja, schau mal, die erobern hier von unten heran alles. Rumänien wird stärker, sage ich euch. Beziehungen beschädigen, lassen wir mal wieder. Oh, unsere Armee hat eine niedrige Organisation. Ich habe... Ah, das bekommt man immer nicht mit. Da gibt es doch irgendeine Einstellung, dass man das anders einstellen kann. Wer von euch weiß das, liebe Zuschauer? Hitzkopf. Beeindruckend. Moralverlust. Ey, wir haben keine guten Generäle. Was ist denn das? Rudeltaktik. Nee. Wie nehme ich denn da jetzt? Den Beeindruckenden wegen geringerem Moralverlust vermutlich. Entschiedene Vertrag... Hier hätten wir mal einen Defensivstrategen, wenigstens. Dann würde ich den noch rekrutieren, tatsächlich. Den anderen jetzt zu feuern, würde wieder Probleme bereiten, oder? Das würden die... Wieso finden das die Intellektuellen nicht gut? Na, das lassen wir jetzt mal. In den Benachrichtigungen kann ich das einstellen. Du Brutscher habe ich schon, äh, gefordert. Das ist schon gefordert, äh, Krähennebel. Wenn wir gewinnen, bekommen wir Du Brutscher und wir bekommen sogar noch Bulgarien. Oh, hier verdienen die Russen. In Überzahl gegen Serbien. Ach, du Schande, okay. Ah, warte mal. Hier ist jetzt, äh, wir können an der Front, glaube ich, jetzt, äh, vorrücken. Oder, ist das jetzt die richtige Front? Bin ich an der falschen Front mit meiner... Wo, wo... Nee, wartet mal. Ach, ich bin auf der linken Front. Ähm... Weiß ich nicht, ob ich da jetzt in die Offensive gehen sollte. Hm. Nee, unsere Mo... Ach, nee, unsere Organisation ist ja im Keller. Wir dürfen auf keinen Fall in die Offensive gehen. Auf keinen Fall. Boah, dass die Russen das jetzt hier verlieren. Unnötig. Die Russen verlieren jetzt hier wieder die ganzen Schlachten. Ähm... Ja. Wo fahren wir das jetzt in diesen Benachrichtigungseinstellungen? Ist das irgendwo hier? Spiele. Ist das mein Spiel? Nee. Kartenmodusverzögerung. Nee, das ist, glaube ich, erst, wenn ich eine Benachrichtigung wieder bekomme, oder? Da kann ich das einstellen, hier unten rechts. Warten wir darauf mal. So, wir müssen irgendwie noch nach Serbien. Die Russen schaffen es nicht nach Serbien gerade. Denk mal an König Alexandro Gika. 3% Prestige. 3%... Das wären... Das ist nicht viel. 10% wären 7. Das sind so 3 oder 4 Prestige-Punkte. Grundbesitzer. 2% Radikale. Wie viel Einwohner hat Moldawien? 1,5 Millionen. 10% sind 150.000. 1% sind dann 50.000. Also 30.000 neue Radikale. Nee, das lassen wir tatsächlich. Hört ihr dieses Geräusch die ganze Zeit? Dieser komische... Das ist das Wägelchen. Ganz komisch. Hier haben sie eine Schlacht gewonnen. Hier gewinnen sie auch. Ah! Jetzt gewinnen sie auf einmal in Serbien. Das heißt, wenn jetzt Serbien fällt, sieht das Ganze schon wieder deutlich besser aus. Ah, Metropolitan Police wurde leider entfernt. Schade. Ein Agitator erscheint. Der will die Zensur. Wieso? Die wollen wir eigentlich nicht unbedingt. Die wollen wir nicht unbedingt. Wir müssen mit den Briten wieder Beziehungen verbessern. Das machen wir mal. So, jetzt ist ganz Serbien aber besetzt, oder? Endlich. Ja, minus 14. Und der Osmane? Die Kriegsmüdigkeit vom Osmanen müsste doch schon längst im Keller sein, oder? Serbien wird Protektorato, Brutscher, Bulgarien und Osmanische Kriegsreparationen. Ja, jetzt, genau jetzt nehmen sie es an. Aber nicht vorher. Dann werden wir den Frieden jetzt vorschlagen. 27. November 1858 und der Friede wurde angenommen. Schaut euch unser Rumänien an. 1858. 22 Jahre nach Spielstart. Haben wir ein ordentliches Rumänien hier. Zusammen. Und Serbien ist jetzt unter unserer Protektur. Wann können wir denn da das Ganze enger schnüren? Wahrscheinlich erst, wenn der Waffenstillstand vorbei ist, oder? Sollte man jetzt eigentlich bei einem Protektorat Beziehungen verbessern oder sie niedrig halten? Also, weiß das jemand? So, Bulgarien. Sehr hoher Aufruhr. Müssten wir jetzt halt auch inkorporieren. Oh, wir bekommen vom Osmanen richtig viel Geld. Hervorragend. So. Das heißt, wir inkorporieren Bulgarien. Ähm. In Bulgarien brauchen wir tatsächlich eigentlich gar keine direkte Regierungsverwaltung. Da baue ich lieber noch die Regierungsverwaltungen in unseren anderen Ländern, Staaten. In Bulgarien haben wir 925.000 Einwohner. Eine Möbelfabrik. Die würde ich behaupten, gute Arbeit leistet. Holz. Das ist schon mal auch gut. Das werden wir gebrauchen können. Fisch können wir dann noch dort bauen. Bisschen Weizen und Vieh. Und zwei Einheiten einer weiteren Armee, die es dort gibt. Und in Dobrucha haben wir 300.000 Einwohner. Das ist jetzt quasi zusammen vereint mit dem anderen, was wir schon hatten. Oh ja, da haben wir Tabak. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, der Tabak. Und auch dann hier unseren Hafen. Genau, das heißt, wir haben jetzt aktuell zwei Häfen. Und unsere Regierungsverwaltung ist schon auf standardischem Ablagesystem. So, wir können jetzt die Grundausbildung mal noch hinzufügen bei unseren Armeen. Und ich würde sagen, wir machen eine Armee draus, oder? Weil jetzt zwei Armeen zu haben, wobei wir natürlich hier durchaus auch mal mehrere Fronten haben könnten. Gegen Österreich dürfte es aber nur eine Front werden. Außer wenn halt der Osmane kommt. Aber dann können wir notfalls auch noch eine Armee aufbauen, oder? Ich würde jetzt sagen, wir packen jetzt die Truppe zu der großen Armee, bitte. Bestätigen. Jawohl. Sehr schön. Und haben wir alles auf Plänkel-Infanterie? Jo. Die Osmanen? Ach nee, doch. Die Osmanen hatten schon Plänkel-Infanterie scheinbar. Hört, hört. Äh, Dobrutscher ist schon inkorporiert. Perfekt. Verborgene Gemeinschaften. Ja, die Sklaverei, die wir eigentlich, äh, endlich weghaben wollten. Österreich-Ungarn gefällt mir überhaupt nicht. Viel zu stark. Während die Russen viel zu schwach sind. Auch die Preußen zu schwach. Das wird schwierig. Können wir denn mittlerweile eigentlich, ähm, Rivalen haben? Bei der Sizilien, Griechenland, Montenegro, Serbien. Macht es Sinn, dass dein eigenes Protektorat ein Rivale wird? Ähm. Beziehungen verbessern, dann nehmen sie leichter die Autonomie reduzieren an. Perfekt. Dann hat sich die Frage erledigt. Ja, Montenegro können wir ja mal rivalisieren. Kleines Land. Und Griechenland auch. Und dann beginnen wir, die Beziehungen mit Serbien zu verbessern. Dass sie dann, äh, diese Sache annehmen werden. Die Autonomie zu verringern. Wir haben keine Staatsrückgaben. Wieso haben wir, wieso haben wir keine Staatsrückgaben als Rumänien? Und wo haben wir dieses Autonomie hier verringern? Genau, Waffenstillstand. Hä? Hä? Kann mir das jemand erklären? Autonomie verringern kann ich nicht fordern, weil wir ein Bündnis mit Russland haben und wir Russland eine Verpflichtung schulden. Also das mit der Verpflichtung von mir aus. Aber wieso das... Was hat denn das Bündnis damit zu tun? Ne. Ach, entschuldigt. Ich muss die Autonomie vergrößern, oder? Ne. Hä? Autonomie... Ne, ich will sie ja verringern. Ich will die Autonomie... Das ist schon richtig. Oder ist das ein Anzeigefehler vielleicht? Ist das nur der Waffenstillstand? Hat Russland die Unabhängigkeit garantiert? Nö. Ach so, wahrscheinlich, weil Russland auch einen Waffenstillstand hat. Deswegen wurde das so komisch angezeigt, oder? Griechenland hat auch Rivalität erklärt. Äh, ne, ne, ne. Ich glaube, das ist nur ein Bug oder ein Anzeigefehler. Sollte schon alles in Ordnung sein. So, unsere Regierungsverwaltungen werden gerade noch fleißig gebaut in der Wallachai wieder. Schauen wir mal, von 230. Und hier insgesamt müssten wir auch bald mal die Besteuerungskapazitätsgrenzen erreichen. Ja, hat sich schon mal um einiges wieder verbessert. Dragan Rassig wurde aus Montenegro verbannt. Oh, der ist für eingesetzte Verwaltung. Können wir den vielleicht... Können wir den vielleicht akquirieren? Wir haben... Ach, wir haben diesen anderen, ne. Der ist für die Zensur. Den wollen wir nicht. Den werden wir bitte verbannen. Oh, jetzt haben wir aber mittlerweile schon relativ viele Radikale. Seht ihr das? Das ist... Unangenehm. Aber wir... Ach so, weil wir diskriminieren, können wir niemanden einladen, ne. Fällt mir gerade auf. Ah, dann hätte ich ja den auch behalten können. Hm, naja. Schade. Können wir denn ein neues Gesetz beschließen? Äh, aktuell... Doch, Kolonialamt. Ja... Wir haben ja noch nicht immer die Kopfsteuer. Weil wir auch noch den Traditionalismus haben. Ähm, dafür bräuchten wir wohl die Industrie. Und ne koloniale Ausbeutung. Ja, holen wir uns mal koloniale Ausbeutung. Dann könnte Rumänien, äh, Kolonien gründen. Askanon meint, nein. Da du im russischen Markt bist, wirst du wie sein Vassal berechnet. Und somit ist dein Vassal auch sein Vassal. Das heißt, ich kann nicht die Autonomie verringern bei meinem Vassal, weil ich da bin. Warum sollte ich Staatsrückgaben haben? Naja, weil ich ja jetzt Rumänien gegründet habe. Und hier zum Beispiel Südtranssilvanien. Heimatland rumänisch. Deswegen Staatsrückgaben. Hm. Dann müssen wir eventuell bald dann doch aus dem Markt austreten, ne? So, wir haben es immer noch nicht geschafft, hier die Besteuerungskapazität. Das heißt, wir müssen nochmal diese Regierungsverwaltung erhöhen. Müssen wir sowieso machen, weil wir zu wenig Bürokratie aktuell haben. Da es sein Vassal ist, kannst du es nicht angreifen, da du ein Bündnis mit seinem Meister hast. Was? Da es sein Vassal ist, kannst du es nicht angreifen, weil du ein Bündnis mit seinem Meister hast. Okay, das ist aber dann eine ganz komische Berechnung von diesem Spiel, oder? Kann ich denn dieses klassische Klientel-Land daraus machen, machen? Wie heißt das? Ähm. Ist das Klientel-Land annektieren? Geht das? Weiß ich nicht. Also, Askanon, was bleibt mir dann übrig? Nur aus dem russischen Markt austreten, wenn es soweit ist, oder? Naja, schauen wir mal. Sollte es nicht reichen, wenn er den Verteidigungspakt mit Russland löst? Ich habe ein Bündnis mit Russland. Das will ich ja eigentlich nicht verlieren. Also, das brauche ich ja noch gegen Österreich. Ich will ja die österreichischen Gebiete alle erobern, und da brauche ich halt das Bündnis mit Russland. Ja, wir werden den Waffen-Schüchern auf jeden Fall abwarten. Genau, keine Sorge. Vorher werde ich nichts anderes machen. So, es fehlt auf jeden Fall Motoren. Motoren, Motoren. Was brauchen eigentlich Motoren? Stahl. Ja, okay, dann sollte ich doch erst das Stahlwerk bauen. Papier kommt ebenfalls. Und dann auch die wichtige Munitionsfabrik, die uns die ganze Zeit schon fehlt. Kolonialer Enthusiasmus. Entweder erhöht sich unsere Chance darauf. Haar-Kolonial-Zuwachstempo. Zwei Jahre, bis wir da... Ne, das lohnt sich nicht. Lieber eine höhere Chance. Mein, das ist das Problem im Markt. Man darf keinen Verteidigungspakt oder Bündnis mit dem Marktführer haben, um Basalen zu annektieren. Aber Serbien ist doch nur im russischen Markt, dachte ich, weil ich jetzt dafür gesorgt habe, dass Serbien im russischen Markt ist, weil sie ja mein Protektorat sind. Weil die waren doch vorher im osmanischen Markt, die Serben. Ich bin verwirrt. Ich bin höchst verwirrt. Wir werden das alles heute noch herausfinden. So, das Problem ist, ich darf eigentlich den Bausektor nicht noch weiter ausbauen, weil... Unser Plus machen wir gerade eigentlich nur durch die osmanischen Gelder. Und wenn die weg sind... Dann machen wir ein saftiges Minus. Und ehrlicherweise haben wir noch die sehr unangenehmen Verbrauchsteuern, die ich eigentlich nicht haben möchte. Das... Ja... Kann ich den Straßenerhalt eigentlich... Ne, den brauche ich leider. Kann ich den hier wegnehmen? Ne. Den brauche ich hier auch noch in Moldawien. Äh, mein Dobrutscher werde ich mal das hier wegnehmen. So, was mache ich mit Bulgarien? Was würdet ihr als Experten, die im Chat gerade sind, für einen Erlass machen, dass der Aufruhr sinkt? Also ja, wir könnten das Brutale durchgreifen machen, dass wir dadurch mehr Geld verdienen. Aber was würdet ihr machen, dass die Lage sich beruhigt? Soziale Durchlässigkeitskampagne oder Notsozialhilfen? Ich meine, Lebensstandard ist 8,9. Deutlich über der Minimalerwartung. Ist jetzt auch nur ein bisschen niedriger als unser durchschnittlicher Lebensstandard. Das würde mich mal interessieren, wie da eure Meinung dazu ist. So, die Intellektuellen helfen uns mal wieder. Hervorragend. Nationale Werte könnten die Assimilierung stärken. Ja, stimmt. Wir haben halt sehr bulgarisch. Ist halt alles bulgarisch dort quasi und sunnitisch. Ja, mal schauen, was der Rest dazu schreiben wird. Mal gucken, was ihr noch schreibt. Ich bin einmal ganz kurz eine Minute weg und gleich wieder da. Dann geht es hier weiter mit Rumänien. Mal gucken, was ihr noch schreibt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist schon wieder eine Sklavenmeuterei. Oh, gegen Österreich-Ungarn. So, wie lange dauert es hier? Oh, 3000 Tage. Das ist hart. Wo ist denn Gaza? Oder Gaston? Ach, da im Süden. Ja, ja, ich weiß schon, dass man dann das Inland kolonisieren könnte, weil da ist keine... Doch, da gibt es auch schwere Malaria bei Gaza. Hier ist überall schwere Malaria. Ne, hier ist normale Malaria. Aber nur hier rechts. Ja, okay, da könnte man sich so ein bisschen hochkolonisieren. Aber die haben mal trotzdem 16 Bataillone. Das heißt, wir müssten unsere komplette Armee mit einer riesigen Flotte schicken. Genau, ich habe es schon gefunden bei Transval. Die Frage ist halt, lohnt sich das, da jetzt so viel Geld auszugeben für so eine riesen Flotte? Wie ist die Meinung im Chat? Sollten wir das versuchen oder lieber nicht? So, mechanisierte Werkzeuge. Darauf haben wir die ganze Zeit gewartet, dass wir endlich unsere Papierproduktion erhöhen können. Ja, das kostet 40 Schwefel. Aber, wir haben noch eine Schwefelmine. Was wollt ihr denn? Die werde ich jetzt einfach auf Kondensationspumpen packen. Da müssen halt jetzt einfach mal ein paar Leute arbeiten. In der Schwefelmine. Dass wir jetzt unseren Schwefel bekommen, Freunde. Kann ich auch nicht subventionieren. Wieso arbeitet denn keiner in der Schwefelmine jetzt? Hallo? Die Eisenmine ist voll. Aber es will keiner in meiner Schwefelmine arbeiten. Doch, jetzt. Jetzt kommen die Leute. Jetzt kommen die Leute. Jetzt, wo Schwefel teuer ist. Wobei, so teuer ist es auch nicht. So, jetzt produzieren wir mal noch mal ein bisschen extra Papier hier, oder? In der Wallachie extra Papier. Perfekt. So. Ähm. Präzisionswerkzeuge. Mehr Luxusmöbel. Ich mach das jetzt mal nur hier. Die Glashütte. Ja, uns fehlt halt der komplette... Uns fehlt Blei. Scheinbar gibt es im russischen Markt auch einfach kein... Blei, oder? Oder wurde es noch nicht benötigt? Sche... Doch. Nee. Null. Die Russen haben aber scheinbar eine Bleimine. Sie brauchen sie nur aktuell nicht. Ich würde mal interessieren, was passiert, wenn wir das hochfahren, was das Blei angeht. Kriegen wir das Blei irgendwo her? Oder fehlen uns das jetzt wirklich? Wann wird eigentlich jetzt endlich meine Munitionsfabrik gebaut? Habe ich die nicht schon in Auftrag gegeben? Ja, eben. Die habe ich doch schon längst gebaut, oder? Meine eigene Munitionsfabrik. Ach, Dynamit. Und Blei. Stimmt. Da war ja was. Stimmt. Wieso habe ich denn noch kein Dynamitgebäude bauen können? Ja, das soll ich am besten dort bauen, wo es Dünger und Schwefel gibt. Und Schwefel haben wir nur... in der Wallachei. Also bauen wir auch dort dann... Sprengstoffwerk. Und noch eine Düngerfabrik. Einverstanden. Ich mache das meist mit 3-4 Flotten und Planklern. Wirklich? Mit so einer kleinen... Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass das mit so einer kleinen Flotte... Äh... Bei dem Malus, den man bekommt... Klappt. Ich weiß schon, dass die schwächer sind, aber... Vielleicht täusche ich mich auch. Man könnte es probieren. Ist halt auch die Frage, wie die anderen sich einmischen bei Gaza. Wisst ihr was? Ich würde es aber jetzt tatsächlich auch mal probieren wollen. Dann... Bauen wir also eine... Flotte. Mal nicht in Bulgarien, weil da dauert es ewig. In Rumänisch bis Arabien haben wir halt nicht so viele Einwohner. Ja, wobei... 257.000. Wie baue ich jetzt das erste Mal eigentlich eine Flotte... Marine... Flotte erschaffen. So, Fregatte. Ja, verstehe, Rotergastow. Wie viele Truppen sind dann da normalerweise Rotergastow? Aha. Arbeitssuchende. Eins, zwei, drei, vier. Probieren wir das mal so. Ein Marinebefehlshaber. Gute Idee. Beziehungen verbessern gebrochen. Weil wir mit Serbien jetzt sehr gute Beziehungen haben. So, das hier beenden wir auch noch. Und hier... Das ist Rumänisch Kanak. Brauchen wir dringend den Hafen. Weil... Ja, bis man da... Bis sich die Plei-Mienen da lohnen, ist auch so eine Frage tatsächlich. Schauen wir mal. Ja, unser Lebensstandard steigt aber auch nicht wirklich. Das ist so... Obwohl ich das Gesundheitswesen so hoch katapultiert habe. Die Bildung geht ein bisschen nach oben, aber das könnte auch noch besser sein. Frankreich und Spanien sind im Krieg. Oh, und Napoleon hat gewonnen, übrigens. Die sind aber nur im Krieg wegen O-Ojo. Ah, die erobern jetzt schon O-Ojo hier. Können aber tatsächlich versuchen, noch Dahomey zu erobern. Gibt's da irgendwas Spannendes? Nicht sehr viel tatsächlich, aber ein bisschen Kaffee, Tabak. Färbemittel. Ja, Sprengstoff und Motoren fehlen uns. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Diese Sachen müssen wir jetzt einfach echt mal alle durchbauen, sonst wird das hier nix. Haushaltsbefugnisse freigeschaltet. Die wollen jetzt die Gehöftbauern. Stimmt, wir haben immer noch kein weiteres Gesetz jetzt beschlossen. Wir kriegen aber auch kein Gesetz aktuell hin. Die Gehöftbauern. Dann würden aber die Grundbesitzer tatsächlich wieder radikal werden. Sklavereiverbot ist wahrscheinlich wieder dasselbe Thema. Ja, natürlich. Natürlich. Wir könnten mittlerweile... Ne, wir können keine Regierung ohne die Grundbesitzer machen. Schade. Immerhin verdienen wir ein bisschen Geld noch, aber nicht mehr lange, oder? Weil der Waffenstillstand ist in einem Jahr vorbei. Genau, ein Jahr haben wir noch. Aber die Flotte muss ich jetzt erstmal noch aufbauen. Hä, aber hätte ich nicht... Ich bin verwirrt. Ich hab doch... Was ist mit den anderen zwei Fregatten? Müssen die noch gebaut werden, oder? Oh. Großkampfschiffe. So. Die Lebensmittelfabrik bitte bauen wir noch fertig. Anerkennung von Leistungen. Fischereianleger. Industrie bekommt mehr Anziehung. Ja, die Industrie hat Anerkennung verdient. Ja, Marine braucht immer deutlich länger. Das ist tatsächlich richtig. Und was haben wir denn hier? Die Republik San Marco gegen Österreich im Krieg. Aber scheinbar ganz alleine, also kein Problem. Ah, jetzt haben wir mit Österreich leider auch wieder gute Beziehungen. Das war... Nicht gewollt. Die würden sogar einen Verteidigungspakt mit uns machen, die Österreicher. Aber das... Problem ist, wir haben ja... Wir wollen ja Gebiete von Österreich erobern. Also... Tut mir leid. Oh, Mann. Dass die Osmanen einfach einen Verteidigungspakt haben. Frech. Verrückt. Ne, hier gibt's nichts mehr Spannendes. Ich find's immer noch komisch, dass Bayerns... Und vor allem irgendwie seit den letzten... Patches... Schafft es Preußen auch nicht mehr, den Norddeutschen Bund zu gründen. Da passiert irgendwie gar nichts mehr. Also, das ist irgendwie ganz kurios. Die effiziente Landwirtschaft ist jetzt nichts Besonderes. So, Stahlwerk. Endlich wird unser erstes Stahlwerk gebaut. Das wird Zeit. Oh, wir bräuchten halt wirklich dringendens Kopfsteuer. Die wären ja alle dafür. Außer halt die Grundbesitzer, aber... Dafür brauchen wir... Müssen wir die... Ein Traditionalismus wegbekommen. Wir bräuchten Industrie hier... Industrie... Industrie und die Regierung kriege ich nicht hin. Oder doch? Es wird einige Leute sauer machen. Niemand will mit den Industriellen zusammenarbeiten. Kleinbürger. Aber das Beste, was ich hinbekäme, wäre Industrie und Grundbesitzer. Ja. Ich meine, das könnte man probieren. Ja. Fürs Erste... Mache ich das jetzt leider so. Wenn die Legitimität da mit dem Keller ist. Oh, wir könnten sogar Lassi-Fair holen, aber das geht nicht, weil das würde gleich... Äh, die Landbewohner und vor allem die Grundbesitzer wieder radikalisieren. Also holen wir uns erst den Interventionismus. Einverstanden. 25% Chance. Auf Interventionismus. Eine Wissensspende von Jakob Roman in der Wallachai. Die nehme ich gerne an. Eine Universität einverstanden. Bedenken und Einwände. Oh ja, das wird die Industrie... Ja, das macht die Grundbesitzer etwas glücklicher. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir haben endlich die Eisenbahn freigeschaltet. Jetzt ist die Frage, wenn wir hier kolonisieren wollen... Ich glaube nicht, dass sich für uns der Wettlauf hier mit den Technologien lohnt. 13 Jahre Zivilisierungsmission, das ist mir viel zu weit weg. Hinterladeartillerie ist schon ein bisschen näher da. Wir versuchen, Matriage zu holen. Und bei der Produktion, Backpulver, mechanizierte Werkstätten bitte, Nitroglycerin. Dann schauen wir mal weiter. Ja, unsere wöchentliche Innovation könnte etwas höher sein, muss ich sagen. Haushaltsbefugnisse. Die Universität in der Wallachai, da fehlen einfach noch Angestellte, wie es scheint. Wir sind Rang 20 in der Welt übrigens. Kleinmacht auf dem Weg zur Mittelmacht. Griechenland hat die Rivalität beendet. Ah, wir können bei der Papierfabrik was machen. Die Papierfabrik. So, Papierbleiche bitte. Das mit dem Kristallglas lohnt sich leider nicht unbedingt. Bei der Schiffswerft können wir noch verstärkte Holzschiffe machen, das lohnt sich auch nicht. Uluru hat Ostmitglonesien kolonisiert. Uluru. Wir machen mal überall hier die Gaslaternen hin. So, und ich brauche doch jetzt dringendst endlich die Eisenbahn, oder? Niedriger Marktzugriff. Ja, in der Wallachai. Brauche ich eine Eisenbahn. Dafür brauche ich natürlich auch wiederum Motoren. Habe ich jetzt ein Motorenwerk überhaupt schon in Auftrag gegeben? Ja, tatsächlich. Wir produzieren schon hier Motoren, wenn auch mit sehr wenigen Leuten. Machen wir mit dem Wasserrohrkessel ein bisschen mehr Produktion. Dann bauen wir jetzt erstmal hier eine Eisenbahn. Die erste Eisenbahn in der Wallachai. Das ist fantastisch. So, Motoren sind so teuer, aber wieso wird dann hier nicht einfach... Wieso kommen nicht mehr Leute und die produzieren hier mehr Motoren? Was ist das Problem? Es kommen, es kommen neue Leute. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir produzieren jetzt halt unsere Motoren. Decken damit ein bisschen den Bedarf ab. Blei. Unzureichende Ressourcenmanagement in Rumänisch Kanak. Das heißt, wir müssen erst hier... Wahrscheinlich noch was erobern, dass wir dann überhaupt eine Blymine bauen dürfen. Bürokratische Verwicklungen ist das, was ich nicht hören wollte. Das ist wieder ganz ungünstig. Bis zu, Fauchs. Guten Abend. Mappi. Was meinst du mit Mappi, Askanon? Wie inakzeptabel sind wir noch? Oh, wir könnten mit Steuersenkung... Ah, nee. Ich hab mich vertan. Da kann ich nicht... Okay, dann musst du mir bitte sagen, für was die Abkürzung Mappi steht, dass das das Problem ist. Elie wie neu... Elie wie neu wird aus Frankreich verbannt. Der will auch Zensur. Müssen wir mal aufpassen, dass der nicht zu uns kommt. Da wir immer noch sehr diskriminierend unterwegs sind, können wir auch niemanden einladen. Ja, wir haben auch noch immer nationale Überlegenheit, ja. Market Access Price Index, meint Chloe Arson. Yep. Und du hast gedacht, dass ich dieses Wort kenne, Askanon? Wie kommst du auf die Idee? Sklavenschoner. Schon wieder die Sklavenschoner. Ja. Ähm... Market Access Price Index. Ah ja, unser Motorenwerk läuft... ...solide. Das heißt, unsere Eisenbahn sollte doch hoffentlich jetzt auch ganz gut laufen. Aber wir bräuchten mal tatsächlich Kaffeeplantagen eigentlich. Ich hab sie nicht gekannt, tatsächlich. Aber ich kenne auch keine englischen Begrifflichkeiten quasi. Vielleicht wichtig zu erwähnen. So, warte mal. Es ist doch der Waffenstillstand abgelaufen. Tatsächlich können wir nach wie vor nicht die Autonomie verringern, weil wir das Bündnis haben und weil Rumänien und Russland eine Verpflichtung schuldet. Also scheinbar hat das ja gar nichts mit dem Markt zu tun, sondern es ist wirklich das Bünd... Also, es hat wahrscheinlich schon mit dem Markt zu tun, aber das Bündnis und die Verpflichtung ist das Problem. Das ist ja richtig ungünstig. Und Klientellamt annektieren kann man auch noch nicht machen. Weil es keine Marinette ist. Toll. Das heißt, bebringt Serbien aktuell einfach rein gar nichts. Habt ihr eine Idee, wie wir das, was wir da jetzt machen wollen? Hab nachgeguckt, schreibt Chloe Arson. Impact steht Index. Achso, Impact statt Index. Market, Access, Price, Impact. Okay, jetzt brauche ich noch eine deutsche Übersetzung, was genau das dann auch zu 100% bedeutet. Also nicht, was die Wörter bedeuten. Die Wörter kann ich schon übersetzen, aber was das quasi bedeutet. Das wäre nochmal ganz spannend. So, ja, niedriger Marktzugriff. In der Wallachai, das müsste doch aber jetzt mit der Eisenbahn gelöst werden, das Problem. Machen wir mal gleich Holzpassagierwägen. Mit unserer ersten Eisenbahn, die durch Bukarest fährt. Woo! Wenn du nicht mehr im Markt bist, ist das Bündnis egal. Stimmt. Ja, das heißt, wir müssen einfach bei Gelegenheit mal aus dem russischen Markt austreten. Genau. Ich agree. So, das ist doch jetzt eine örtliche Sache, oder? Mit dem... Wie viel wird da jetzt verbraucht? 187 Popbedarf? Hä, aber ich habe doch noch keine... Warte mal. Ich habe bei meinem Stadtzentrum keine Straßenbahn gemacht. Das heißt, ich brauche einfach noch mehr Eisenbahnen jetzt hier. Verstehe ich das richtig? 180... 180 Popbedarf. Wie soll man denn das... Das ist ja absolut wild. Und in Maudawin habe ich wieder das Problem, dass ich... Noch eine größere Regierungsverwaltung bräuchte. Protestbewegung für das Sklavereiverbot. Ja, da hätte ich selbst nichts dagegen. So, jetzt haben wir mittlerweile unsere Flotte von 5 Schiffen. Aber meint ihr, mit 5 Schiffen und einer 5er Armee haben wir gegen 16 eine Chance? Oder gegen 7? Ja, gegen 7 könnten wir eine Chance haben. Wir könnten wirklich versuchen, in Dahomey Fuß zu fassen. Das Problem ist, dann müssen wir die Sache in Kanak... Ab... Pausieren. Nicht abbrechen, pausieren. Ich würde es aber gerne mal probieren wollen. Und zwar erstmal in Dahomey. Schauen wir mal. Das heißt aber, wir müssen jetzt eine zweite Armee aufbauen. Ah, ist auch gerade unser General hier gestorben. Am besten wäre... Wer ist denn er hier? Er ist defensiv. Wir bräuchten jetzt am besten noch irgendeinen Offensivgeneral. Immerhin ein Ebenenkämpfer. Oder jemand, der direkt ist. Ich glaube, direkt ist noch besser, weil plus 10% Offensivwert, oder? Und noch ein Nachschub-Experte. Dann nehmen wir mal ihn hier. Sergio Vidrigin. Und teilen die Armee auf, indem wir jetzt sagen... Artillerie. Und... Drei Plänkler und die Lanzenreiter. Kommen da rüber. Und das ist jetzt unsere Angriffsarmee quasi. Ah, perfekt. Die hat auch alles wie bei der alten. Äh, sollte ich... In Friedenszeiten sollte ich jetzt doch wahrscheinlich diese ganzen... Vorräte wieder wegnehmen, oder? Weil mich das doch jetzt alles die ganze Zeit... Geld kostet. Richtig. Aber hier bei Waren für Militärgebäude steht es nicht dabei. Also unter welchen Ausgaben sehe ich denn das? Oder ist das nur, wenn sie mobilisiert im Krieg kämpfen? Und ist das in Friedenszeiten kein Problem? In der Wallachei ist die Besteuerungskapazität auch wieder ein Problem. Das heißt, auch hier müssen wir nochmal eine Regierungsverwaltung bauen. Ich bitte aber erst die Sprengstofffabrik. Ich nehme an, nur wenn die mobilisiert sind. Oh, schon wieder ein beliebter Dramatiker. Perfekt. 20 Prestige, nehme ich. Damit sind wir jetzt bei 116. Wir brauchen aber knappe 200. Na gut. Die Armee steht ja quasi bereit. Dann probieren wir das Ganze doch mal jetzt unser Glück. Mit Dahomie. Das ist ja hier schon... Oh, ich habe ein bisschen die Sorge, dass die Franzosen sich gegen uns wenden. Ich muss... Oh ja, ich muss dringend die... Beziehungen mit den Franzosen wieder erhöhen. Das ist gerade nicht gut. Mappi ist der Faktor, um wie viel Prozent der Staatspreis sich vom Lokalpreis unterscheidet. Ah, das meint ihr. Ja. Das ist auch so ein Problem, ja, ja. So, Dahomie. Machen wir einfach Staatseroberung, würde ich sagen. Die sind nur verunsichert. Stimmt, wir haben noch ein Bündnis mit Russland, aber die sind jetzt nicht mehr automatisch dabei. Seit dieser ganzen Geschichte. Komplizieren wir das hier mal. Religion, Autokratie, Nationalität. Offizielle Nationalität. Die Staatspolitik von Religion, Autokratie und Nationalität ist zur allgegenwärtigen Ideologie des rumänischen Volkes geworden. Kaum jemand wagt es, daran zu zweifeln, dass der König für die absolute Autorität verfügt. Warte mal. König? Oh, wir sind kein Fürst mehr. Wir sind tatsächlich der König von Rumänien. Schau an. Oh, und ein Kolonialverwalter ist er mittlerweile auch. Sehr gut. In einem Staat, in dem die Liebe für den König und die hingabenden Thron sich auf die angeborenen Merkmale der Menschen gründen, wo die Gesetze des Vaterlandes gelten und eine so feste Verwaltung greift, sind sämtliche Bemühungen mit böswilligen Absichtigen vergebens verrückt. Lobpreiset den König. Oh, der würde Beliebtheit bekommen für 19 Jahre. Das Problem ist, der ist schon uralt. Der wird uns jetzt bald sterben. Das rumänische Volk ist allen überlegen oder die orthodoxe Kirche weist uns den Weg. Puh. 20% Bekehrung oder 20% Assimilierung. Ich finde fast Assimilierung besser und 5% aller Pops werden loyaler. Das machen wir. Das rumänische Volk ist allen überlegen. Jawohl. Mehr Loyalisten. Das ist schon mal gut. So, Kriegsziele können wir keine hinzufügen. Was? Warte mal, was? Du musst Russland dazurufen, dass sonst das Bündnis aufgelöst wird? Was? Wieso wurde denn das so gemacht? Ich muss Russland dazurufen und sonst hätte ich kein Bündnis mehr. Oh, bitte sagen wir, dass die das überarbeiten. Das ist doch völlig unlogisch. Ich meine, entweder sie machen, also, entweder sie machen es, dass man automatisch direkt Russland fragt, weil das macht doch überhaupt keinen Sinn. Oh, jetzt muss ich wirklich Russland dazuholen, mit Verbündeten einfordern. Irgendjemand hat auch gesagt, dass das keine Schachzugspunkte kostet in unserer letzten Multiplayer-Session. Da steht, es verbraucht 20 Schachzugspunkte. Das ist jetzt natürlich bei mir kein Problem, dass die Russen sich auf unsere Seite stellen. Aber, das ist gut zu wissen, Askanon. Das sonst das Bündnis weg wäre. Die könnten jetzt auch einfach mal nachgeben, aber das tun sie nicht. Das wollen sie nicht. Aber warte mal, ich wollte doch jetzt hier... Ähm... Irgendwas wollte ich... Alarm? Ähm... Okay, wo finde ich jetzt das mit, dass ein General gestorben ist? Weil das ist super wichtig. General. Ungeschützte Front. Ist das bei Benachrichtigung? Nee. Hä? Ähm... Irgendwas mit General. Ah, ist ein Bug zurzeit. Ah, okay. Die fixen dran. Sehr gut, Askanon. Okay, weiß jemand, wo ich das hinbekomme? Mit dem General. Diplomatisch-Spiel. Neuer Herrscher. Hier steht leider nirgendwo irgendwas von... Irgendwie einem General. Ich habe es noch überlesen, weil ich schon ein bisschen müde bin. Aber ich finde es nicht. Aber auch hier. Niedrige Organisation. Das machen wir mal als Alarm. Wir machen mal eine niedrige Organisation, weil das müsste eigentlich das Richtige sein, oder? Wallenstein. Cooler Name. Charakter gestorben. Aber wo stand das gerade? Ich habe es überlesen. Ist das ein Eintrag Persönlichkeit oder wichtige Person? Ich sehe es auf jeden Fall nicht. Ich lasse es jetzt mal so. So, wir müssen jetzt noch warten, bis der Krieg beginnt. Dann können wir nämlich erst unsere Flotte mit der Armee losschicken. Mit einer Landung. So, also probieren wir mal unser Glück. Eine Marine Invasion. Und mit der kleinen Armee bitte bestätigen. Schauen wir mal, wie gut das läuft. Was soll? Geldeinnahmen sind gut gestiegen. Hä, warte mal. Wir bekommen Kopfsteuern? Woher bekommen wir Kopfsteuern, ohne die Kopfsteuer zu haben? Kann mir das jemand erklären? Das verstehe ich nicht so ganz. Ach, sind die Russen uns schon zuvor gekommen? Ne. Wir sind hier und kämpfen jetzt bereits. Oh, tatsächlich. Wir gewinnen gegen der Homie relativ gut. 35 gegen 12. Ah, jetzt sind wir verirrt. Aber der Gegner hat panischen Rückzug. Der Gegner hat höhere Todeszahlen als wir. Jawohl, das gewinnen wir. Wir müssen aber, glaube ich, drei Schlachten gewinnen, oder? Rumänisches Anlandetempo. Wallenstein, danke für den Follow. Hier ist die nächste Schlacht, die gewinnen wir auch. Perfekt. Fehlt, glaube ich, nur noch eine Schlacht. Oder sind es noch zwei? Ah, ne. Vier Schlachten haben wir jetzt gebraucht. Wahrscheinlich, oder? Die vierte Schlacht. Ist noch hart umkämpft. Aber gewonnen. Erfolgreiche Marieninvasion und der Homie ist besetzt. Sehr schön. Damit haben wir uns auch eine weitere Kolonie geholt. Für Rumänien. Ja, Rumänien muss eine Kolonialnation werden, wie es scheint. Die Interessensgruppen wollten es so. Wir kommen beim Interventionismus einfach nicht vorwärts. Ah, jetzt kommen wir mal wieder vorwärts. Ah, so gar nicht jetzt wieder 20% der Unterschichten. Ach, ne. Duprutscher will loyal werden. Ah, Duprutscher. Da leben eh kaum welche. Das machen wir nicht. Man könnte jetzt wirklich versuchen, das in Gaza noch zu schaffen. Da würde ich aber fast meine Marine, glaube ich, noch ein bisschen vergrößern wollen. Oh nein, habe ich das jetzt... Ah, ich habe es jetzt minus... Ah, nein. Ah, mein Fehler. Jetzt habe ich das aus Versehen reduziert. Das war nicht geplant. Aus Versehen, dass ein Schiff einfach vernichtet. Die eine Marineeinheit. Ah, naja. So ist das. Ich weiß halt nicht, ob die Franzosen Probleme mit uns bekommen, wenn wir hier in der Nähe, wo sie kolonisieren, Sachen holen. Kopfsteuer heißt die Steuer, die jeder Mann, der arbeitet in deinem Land, zahlen muss. Das heißt im Deutschen nur beides gleich. Aber... Okay, aber was ist... Ich bin verwirrt trotzdem, Askanon. Was ist dann die... Du meinst, das, was wir jetzt hier haben, ist die Steuer, die jeder, der arbeitet, zahlen muss. Und wenn ich dann aber die Kopfsteuern mir hole, steht dann da oben Doppeltkopfsteuer oder... Ah, niedrige Organisation. Da kriege ich jetzt... Das ist jetzt der Alarm quasi. Weil da gerade der General... Jetzt ist ausgerechnet unser guter Angriffsgeneral gestorben, aber wir können den Ebenenkampfexperten nehmen. Fürs Erste. Ah, nee, halt. Oh, no! Das ist... Hä? Woher habe ich denn jetzt... Ach, ich habe eine Armee von Dahomey bekommen. Oh. Oh. Ah, da hätte ich jetzt natürlich ein bisschen aufpassen können. Das war jetzt nicht so schlau von mir. Jetzt habe ich zwei generelle. Aber gut, zwei generelle mit positiven Offensiv-Eigenschaften. Also ist eigentlich gar nicht so schlecht. Pass auf, dann machen wir jetzt folgendes. Hauptquartier bis in Afrika. Dann schicke ich jetzt die andere Offensiv-Armee auch mit Hauptquartier dorthin. Wobei, nee, brauche ich gar nicht. Sondern... Ich werde jetzt die ganzen Truppen... So... Noch da rüber packen. Ja, ich hätte die Armeen zusammenführen können. Tut mir leid, dass ich... Weiß nicht, wieso ich da nicht dran gedacht habe. Das war... Ja. Da war ich mal kurz nicht geistig gegenwärtig, glaube ich. Und wir bauen unsere Artillerie noch ein bisschen aus. So teuer ist das nämlich gar nicht. Dann würde ich jetzt tatsächlich noch gerne das mit Gasa probieren wollen. Das wird aber schwieriger, denke ich. Und unsere Flotte muss noch stärker ausgebaut sein. Dafür muss ich noch die Marinebasen jetzt alle bauen. Wieso sind Papier und Munition schon wieder so teuer? Vielleicht wird es wirklich bald Zeit, aus dem russischen Markt auszutreten, aber... Ich habe Sorge, dass dann die Beziehungen schlecht sind. Das wäre nicht so gut. Ist ja schon spät bei euch. Bei uns? Wo bist du denn gerade, Rodagasto? Die Frage ist halt, wann wir gegen Österreich-Ungarn in den Krieg marschieren wollen. Und da brauchen wir halt noch Russland. Stahl fehlt auch ohne Ende. Das heißt, wir könnten mal noch... ...das Stahlwerk ausbauen auch. Angeblich würde sich das nicht lohnen. Statt der Fülle. Die Feier darf niemals enden. Echt? Du lebst in Amerika, Rodagasto? In den USA oder wo genau in Amerika? Sehr interessant. So. Ey, wir kommen beim Interventionismus noch nicht mal in die Debattenphase. Was soll denn das? Bei Borgo könnten wir übrigens auch noch Krieg führen. Ach herrje, jetzt haben wir jemanden, der eine Präsidialrepublik möchte. Jetzt haben wir schon wieder Abweichler. Oh Mann, soll der Teufel sie holen? Ich werde jetzt keinen Rückschlag in Kauf nehmen. Ja, dann sind es halt 15% wieder weniger. Kann man nicht ändern. So, jetzt ist unsere Armee jetzt schon wieder bei voller Organisation. Noch nicht. Aber ich sag mal so, so ein Borgo könnte man noch erobern schnell. Der Rest ist ein bisschen stärker hier. Aber Borgo... ...würde ich einfach noch direkt erobern wollen. Da wird sich ja hoffentlich jetzt keiner einmischen. Vor allem kein Frankreich. Und ich muss wieder die Russen dazu holen. Machen wir das. Unfruchtbarer Boden. Leontien Barozzi. Ach, das ist der mit der Präsidialrepublik. Der will sich wieder zurückziehen. Ja, perfekt. Der sollte sich von mir aus da zu Ruhe setzen, solange er wieder weg ist. Gute Neuigkeiten. So. Nein, jedes Steuersystem hat einen Wert von Bauernsteuern, Kopfsteuern, Dividende und Einkommenssteuer. Grundsteuer hat hohe Bauernsteuern und geringe Kopfsteuer. Und die... Oh, warte mal. Hä? Ich kann noch mehr erobern. Ah, zum Glück sehe ich. Das sind zwei Gebiete. Wir wollen natürlich beides erobern. Logisch. Ähm. Und die Kopfsteuer hat eine hohe Kopfsteuer und eine niedrige Bauernsteuer. Kopfsteuer bedeutet, die Steuerlast ist auf vielen Köpfen gleich verteilt. Während Bauernsteuer quasi bedeutet, die Ärmeren müssen halt vor allem was zahlen und die Reicheren nicht. Und deswegen wollen die reicheren Leute eigentlich auch die Kopfsteuer gar nicht haben. Proportionalsteuer hat hingegen weder Bauernsteuer noch Kopfsteuer. Du kannst das nachschauen, wenn du über das Steuersystem hast. Ja, ja, genau. Mit der Wahrscheinlichkeit. Ja, okay. Spielst du mit Standardeinstellungen oder aggressiv und so weiter? Ich spiele mit Standardeinstellungen immerhin Victoria 3 Richter. So, perfekt. Dann können wir unsere Kolonie hier noch erholen. Und jetzt haben wir Driage. Das sollten wir nicht vergessen, dass wir die Sanitätsunterstützung aktivieren für die Zukunft. So. Ach, jetzt kommt es tatsächlich zu zwei Schlachten, weil wir hier zwei Generäle haben. Aber wir gewinnen beide Schlachten. Und demnach gehört das Land schon so gut wie zu uns. So, Sokoto hat natürlich jetzt eine deutlich größere Armee. Der Krieg ist jetzt so gut wie gewonnen. Perfekt. Oh, unsere Legitimität ist gerade wieder im Keller. Und wir haben immer noch nicht den Interventionismus. Oh, no. Und wir brauchen aber die Industriellen, sonst wird das nichts in der Regierung. Regierungsumbildung. Können wir irgendwie... Ah, einfach die Grundbesitzer rausschmeißen. Okay. Die Kirche dazu. Nein. Die Intellektuellen dazu. Auf keinen Fall. Kleinbürger bringt auch nichts. Streitkräfte bringt auch nichts. Dann wird es eine Regierung nur noch aus Industriellen fürs Erste von mir aus. Bauernsteuer, Bauern. Kopfsteuer, jedermann der arbeitet und nicht den Beruf Bauern hat. Und beides geht vor allem auf die Armen, ja. Ja. Ah, Verpflichtung zu Russland ist abgelaufen. Mhm. So. Traditionalismus bewahren. Nee, bitte. Komm in die Debattenphase. Das gibt's noch nicht. Wir kommen... Das ist doch... Wir schaffen das einfach gerade nicht, den Interventionismus durchzubekommen. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt haben wir hier der Homie als größeres Gebiet. Oh, da gibt's ja richtig viel. 740.000 Einwohner. Und da haben wir jetzt... Vor allem Kaffee, der uns, glaube ich, gefehlt hat. Oder? Nee, Kaffee nicht. Was hat uns gefehlt? Was auch immer haben wir jetzt. Blei fehlt uns noch. Und Stahl. Ich würde doch langsam gerne auf meinen eigenen Markt kommen. Vor allem, wenn wir das hier so haben. Wir können immer noch keine Bleiminen bauen. Mensch. Achso, ja, weil ich in Kanak das jetzt natürlich pausiert habe. Wird die Flotte jetzt eigentlich noch mal ein bisschen größer? Oder? Hier steht immer noch plus 2 bei Fregatten, aber... Irgendwie sehe ich das nicht. Hm. Hatte ich nicht auch noch ein Kriegsschiff in Auftrag gegeben? Irgendwie eigentlich. Komisch. So, und ich würde gern noch... Äh, 2 Artillerieeinheiten. Ach nee, ach, ich muss das immer anders machen. Das ist auch immer super nervig. So. Rüber. Bestätigen. Dass die Offensiv-Farmier noch ein bisschen stärker wird. Ja, ja, logisch ist da jetzt eine geringe Organisation. Die wandern ja auch nur kurz darüber. So. Perfekt. Da home ist der Marktzugriff sehr gering. Dann machen wir mal den Hafen zu einem Frachthafen. Ah, die schöne Musik im Hintergrund mal wieder. Und dann ist das Ziel jetzt als nächstes Gaza anzugreifen und dann dann nach Norden, nach Afrika hinein zu kolonisieren. In der Hoffnung, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Da, die Zivilisierungsmission dauert einfach elf Jahre. Die können wir uns halt wirklich nicht holen. Die können wir uns wirklich nicht holen. Handelskompanien bekommen wir hoffentlich gleich auch so. Bei Produktion Dynamit wäre mal noch wichtig. Tatsächlich direkt hinterher. Genau, die mechanisierten Werkstätten erforsche ich gerade noch. Verbesserte Dünger. So, militärisch müssen wir dann aber auch hinterlade Artillerie. Ja, jetzt haben wir mal eine Kompanie, die wir gründen können. Hoffentlich. Rumänische, Rumänien-Forstwirtschaft. Premium-Getreide-Walachei. Finde ich, hört sich auch witzig an. Ähm, oder Zumpfthaus aus Metall. Da ist leider die Produktivität nicht so hoch. Die Produktivität muss ja recht hoch sein, dass das aktiviert wird. Dass die Eisenproduktivität nicht so hoch ist, verstehe ich nicht. Ich würde trotzdem das Zumpfthaus für Metall mal gründen wollen. Dass das Stahlwerk besser läuft. Jetzt schauen wir mal kurz in meine Eisenminen. Wir produzieren quasi zu viel Eisen aktuell. Ähm, baut mein Stahl... Stahlwerk... Ich brauche einfach noch mehr Stahl. Sonst wird daraus nichts. Aber ja, Eisen haben wir tatsächlich ohne Ende. Dann hören wir mal hier koloniales Zuwachstempo, bitte. Das Duell... Das war einer unserer... Generäle, ne? Ne, das ist ausgerechnet der Defensivstratege. Den möchte ich doch jetzt wirklich nicht verlieren. Äh, wir sollten Duelle ganz verbieten. Duelle werden im ganzen Land verboten. Das finden aber die Grundbesitzer wieder schwierig. Nö.. Wir werden sie einfach aufhalten.. Fertig.. Punkt fertig aus.. Aha.. Da werden trotzdem jetzt.. Jetzt werden die noch größer und stärker.. Das dauert aber tatsächlich ihre Zeit.. Aha.. Gut.. Das heißt wir bauen jetzt eine relativ teure große Flotte, wenn ich das richtig sehe. Ja, tatsächlich. Hoffen wir mal, dass es sich lohnen wird. Hoffen wir mal, dass es sich lohnen wird. Aber gut, unsere Armee steht bereit. Schauen wir mal, ob 10 Truppen reichen werden gegen Gaza. Grundbesitzerwahlen, die feinen Leute. Oh, wir kriegen den Interventionismus nicht durch. Das gibt's doch nicht. Ewigkeiten. Schlagen wir uns jetzt schon mit dem herum. Und es wird einfach nichts. So, jetzt Gaza. Ach ja, ich brauch erstmal ein, äh, Interesse dort. Halt. Nee. Warte mal, wo ist Gaza? Gaza ist da unten. Ja gut, aber theoretisch brauch ich sogar dann bei beidem Interesse. Wenn ich da dann kolonisieren möchte, gleich. Griechenland hat wieder Rivalität erklärt. Soll mir recht sein. Äh, neues Hauptquartier bitte hier unten. Dass ihr schon mal da seid. Perfekt. Seid ihr da? Und wir machen gerade wieder ein bisschen viel Minus. Gut, ich hab auch die Marine ordentlich ausgebaut. Und die Flotte. Äh, die Marine und die Flotte. Natürlich. Es ist schon spät. Tut mir leid. Die Marine und die Armee. Okay. Das finden wir gut. Malaria-Vorsorge ist so weit entfernt. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist der Wahnsinn. Ach so, ja. Ich sollte mal meine Armee mobilisieren. Natürlich. Ja, jetzt kommt's gleich zum Krieg. Der Rest erklärt Neutralität. Jetzt haben wir nur noch bei Interventionismus 4% Chance. Ich glaube, wir brauchen nochmal einen Rückschlag, dass es nochmal losgeht. So, Gaza. Jetzt schauen wir doch mal. Plan eine Marineinvasion mit unserer 10er Angriffsarmee. Bestätigen. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Aber das müsste eigentlich klappen. Wir haben eine deutlich bessere Armee als Gaza hier. Wir werden das jetzt auf jeden Fall beobachten. Da haben wir die erste Schlacht. 10 gegen 17. Wir haben direkt mit einem Patzer gestartet. Aber wir haben den Offensivwert von 28 gegen den Defensivwert von 10. Wir haben 400 Tote. Der Gegner hat 2500 Tote. Also es läuft tatsächlich sehr erfolgreich. Das heißt, so kann man in Zukunft dann durchaus auch Kolonien gründen, wie es mir scheint. Das ist quasi ein einziges Gemetzeln. Das ist eigentlich sehr unschön. Scheinerte Verteidigung. Wodurch kam jetzt der Aufruhr eigentlich? So, die erste Schlacht haben wir gewonnen, aber das reicht eben noch nicht. Bei so einer Anlandung müssen da jetzt mehr Schlachten kommen, bis hier der Balken quasi voll ist. Und dann hat man erst eine Marieninvasion gewonnen, dass es nicht so eine ganz schnelle Entscheidung ist oder eine ganz schnelle Marieninvasion. Aber das ist gar kein Problem. Jetzt haben wir noch Nitroglycerin. Blei ist nach wie vor ein Thema, ja. Inspirierende Rede. Ja, das wurde doch mal Zeit. Das wird wieder unsere Chance auf 19%. Oh Gott. So. Das läuft gut. Die nächste Schlacht sollten wir auch wieder gewinnen. Wir verlieren halt auch fast keine Männer mehr, ne? Muss man sagen. 100 Männer. Ich meine, ich habe in der Armee jetzt Artillerie, die für Offensive halt besonders gut geeignet ist. Und noch wenigstens eine Lanzenreitereinheit. Mit der wir dann vielleicht, ja gut, in dem Fall werden wir sowieso das Gebiet recht schnell einnehmen, glaube ich. Egal wie viel Kavallerie dabei ist, weil es einfach nicht viel Gebiet ist. So, das müsste jetzt aber die letzte Schlacht sein, wenn wir die, ja. Tatsächlich, erfolgreiche Marieninvasion, das ganze Land gehört uns. Sehr gut, das war eine gute Idee. Ähm, aus dem Chat. Vielen Dank. So, wartet mal. Jetzt haben wir die mechanisierten Werkstätten. Das heißt... Und wir haben auch noch das Backpulver. Das sollte ich auch direkt nutzen. Wobei jetzt in Besser-Arabien... Läuft das nicht so gut? Hm. Ne, da weiß ich auch gerade nicht. Weil Zucker so teuer ist? Oder wieso läuft das so schlecht? Nähmaschinen würden extra Tuch und Werkzeug brauchen, aber das ist sinnvoll, tatsächlich. Ja. Möbelfabriken nutzen wir auch noch. Nur Kristallglas können wir nicht nutzen. Stahl, ja. Uns fehlt aber Stahl. Wir können das nicht nutzen. Sprengstoff. Dann nehmen wir das Ammoniak-Soda-Verfahren. Und für das Ammoniak-Soda-Verfahren fehlt mir... Was fehlt mir denn da jetzt? Schwefel oder was? Eigentlich haben wir Schwefel im russischen Markt. Ah, wir bauen unsere Stahlwerke gerade noch. Sehr gut. Das hat kapituliert. So. Genau, wie sieht es jetzt mit dem Ortspreis aus? Das wollte ich noch schauen. Für Dienstleiter... Äh, das gibt's... Wir brauchen noch mehr Eisenbahnen, tatsächlich. Ach stimmt, das bringt ja mittlerweile mehr Transport, wenn man das macht. Dann machen wir das mal. Und wir bauen das hier nochmal ein bisschen aus. Und hier wird halt noch nicht danach verlangt, quasi. Aber wir werden auf jeden Fall hier wahrscheinlich noch ein Motorenwerk brauchen. Und aber auch sowas wie Papier, mega wichtig. Und das Motorenwerk wollte ich nochmal ein bisschen verbessern. Joa. Ah ja, jetzt haben wir hier unten wieder eine Armee. Die könnten wir eigentlich gleich verbinden. Ist auch Plänkel-Infanterie? Oder ist die jetzt einfach direkt Plänkel-Infanterie geworden? Ähm. Gibt's hier noch Eroberungen, die wir noch durchführen wollen? Ja, theoretisch können wir jetzt natürlich gegen Transvaal kämpfen und so weiter. Das ganze Gold uns holen? Ja, natürlich. Dann werden wir direkt... Unsere Angriffsarmee bekommt ein neues Hauptquartier hier unten. Die Armee wird der neuen Angriffsarmee zugeordnet. Bestätigen. Jawohl. Neues Hauptquartier hier unten. So. Eine Million Leute leben in Gaza. Wow. Ähm. Okay. Hohe Aufruhr natürlich. Da kann es natürlich auch mal zu einem Aufstand kommen. Infrastruktur ist so so lala. Den Hafen könnten wir auch einfach... Ach, das ist schon ein Frachthafen. Okay. So. Aber jetzt sollten wir doch jetzt hier... Schnell mobilisieren... Äh, mobilisieren. Kolonisieren können. Und zwar nicht im Westen, weil da haben wir schwere Malare, sondern im Osten. Das Problem ist, dass die Portugiesen hier auch mobilisieren. Ach, nur. Kolonisieren. Himmel. Aber... Die brauchen 3000 Tage, weil die haben noch nicht hier nie. Die Portugiesen haben noch nicht hier nie. Wie kann denn das sein, dass die so rückständig sind? Aber mit dem Spitzel hier könnten wir noch weiter kolonisieren jetzt. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir da schnell genug sind. Und legen unseren Fokus da drauf. Und wir können auch gleichzeitig, denke ich, jetzt hier wieder weiter kolonisieren. So, aber irgendwie hat das jetzt nicht geklappt, die Armeen zu verbinden, oder? Neuer Versuch. Jetzt hat's geklappt. Sehr schön. Verrufen mal, ist auch schon wieder gleich weg. Transfad ist auch nur ein einziges Gebiet, ne? War das nicht mal? In Victoria 2 sind das mehr als ein, äh, Gebiet, das weiß ich noch. Hier ist schwere Malaria. Gab's in Transfad direkt eigentlich Gold? Oh, ja, Freunde, da gibt's richtig Gold. Die Frage ist nur, ob die Briten sich hier einmischen werden. Gleich mal Beziehungen mit Briten wieder verbessern. Demokratische Verwicklungen, das gibt's doch nicht. Oh, Mann, 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 Mann. Wir sind jetzt auch schon im Jahr 1870. Krass, wie schnell hier die Zeit auch vergeht. So, so ein Speed 5, ne? Das geht dann schon relativ schnell, tatsächlich. So, wenn man nicht so viel irgendwie detailliert Kriege führt, wo man viel langsamer alles schauen muss. Ja, aber meine Armee ist, glaub ich, wieder, äh, bei voller Stärke, würd ich sagen. Dementsprechend fällt mir kein Grund ein, jetzt nicht zu warten und uns die Goldmine zu holen, die wir haben wollen. Transfad hat auch keine Armee, ne? Oder kaum eine Armee. Jetzt hoffen wir mal, dass sich keiner einmischt und dass die Russen auch wieder auf unsere Seite kommen. Jawohl. Das klappt. So, mit dem Gold sollten wir unsere Ausgaben bald wieder auffüllen können. Und Orangia hat, glaub ich, auch noch Gold. Oh, ja, da ist auch noch richtig viel Gold. Ei, 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 ei. Gibt's in Sulu auch Gold? Ne, in Sulu nicht. Interessant. So, Kriegstile können wir keine hinzufügen, weil wir erobern das ganze Gebiet. Einverstanden. Genau, und hier haben wir jetzt die Portugiesen, schneiden wir die Portugiesen ab und kolonisieren jetzt immer weiter in den Norden hinein, quasi. So, der Krieg hat begonnen. Oh, die haben den 41er Defensive, die sind relativ stark in der Defensive. Und wir haben auch noch Schlamm. Das ist tatsächlich eine relativ knappe Schlacht. Dürfen wir also nicht unterschätzen. Wir haben aber jetzt schon große Gebiete besetzt und jetzt sind wir in Überzahl. Deutliche Überzahl. Perfekt. Auch die Schlacht gewinnen wir. Ja, ein relativ einfacher Krieg. Da kommen wir schön an unsere Goldminen heran. Herausragend. Lorenco Marquez ist nicht so hoch. Ja, wir haben immer noch... Wir haben halt durchgängig jetzt diese inakzeptable Regierung, wo wir Interventionismus schaffen wollen. Würden gerne. Wo aber nichts draus wird, leider. Hier würde die Inkorporierung 20 Jahre dauern, ne? Genau, ja. Deswegen machen wir das natürlich nicht. So, Transvaal muss kapitulieren. Und damit gehört das Land Rumänien. Aha, das dauert nur 5 Jahre. Dann inkorporieren wir tatsächlich das Transvaal-Gebiet bitte. Und bauen direkt... Und bauen direkt... Alles voller Goldminen. Dafür brauche ich jetzt auf jeden Fall einen Erlass, dass das einfacher geht, mit dem harten Durchgreifen. Dafür nehme ich jetzt mal hier die... Straßenerhaltserlasse raus. Und wir machen jetzt hier brutales Durchgreifen und... Straßenerhalt. 28% Naja, gut. So. Packen wir die Goldminen noch ein bisschen höher. Dann sollten wir da relativ schnell... Gutes Geld mitverdienen können. So kann man natürlich auch ne Armee vergrößern. Die Angriffsarmee wird einfach immer größer. Durch... Eroberungen. Und Armeen, die sich dann uns anschließen. So, apropos Armeen, die sich uns anschließen. Herzlich willkommen, liebe Let's Play WG. Dankeschön für den Raid. Willkommen, willkommen. Herzlich willkommen im wunderschönen Rumänien. Wir haben hier mit der Balachei gestartet. Und haben unser Rumänien hier gegründet. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Und... Man kann noch Parteien stärken. Geht es dann nicht eher durch? Du meinst, indem wir... Indem wir die Industriellen noch weiter stärken? Nicht direkt, leider. Wir stärken auch aktuell die ganze Zeit die Intellektuellen. Und es bringt einfach nichts. Dann lasse ich das tatsächlich. Und probiere es nochmal mit den Industriellen. Wallenstein, wir verbrennen es mal so. Äh, Benching. Ja, oder Benchik. Danke für deinen Follow. Willkommen. Mittlerweile im Jahr 1871. Es gibt kein deutsches Kaiserreich. Ganz im Gegenteil. Es gibt Österreich-Ungarn, die Bayern unter Kontrolle haben. Was habt ihr Schönes gespielt? Heiko. Ich gehe mal von Heiko aus, oder? Äh, wir haben immer noch Wahnzufuhrknappheiten. Oh, verfügbare Entscheidungen. Achso, die Niger-Expedition. Ne, das interessiert uns erstmal nicht. Ja, unser Lebensstandard natürlich in den Kolonien ist jetzt sehr schlecht. Das ist klar. Und wir werden... Oder wir haben jetzt natürlich richtig viele Radikale. Auch in Bulgarien haben wir hohe Zahl an Radikalen. 8% beim Interventionismus. Wir kriegen die Gesetze nicht durch. Das glaubt ihr nicht. Das glaubt ihr nicht. Aber wir haben Gold. Und das macht mich gerade sehr zufrieden. Direkt mal hier Kondensationspumpen auspacken. Eisenbahntransport. Haben wir in Transvaal denn Eisenbahnen überhaupt? Ja. Tatsächlich. Tatsächlich. Aber uns fehlen Motoren hier vor Ort. Ich plane mal ein Motorenberg. In Transvaal. Wir könnten noch die Orangie erobern. Wenn wir schon mal... Wenn wir schon mal in der Gegend sind, oder? Da gibt's auch noch Gold. Dann könnte halt ein fetter Aufstand hier kommen. Dann haben wir ein Problem. Wenn da so ein fetter Aufstand hinkommt. Aber aktuell hat die Orangie keinerlei irgendwie Verbündeten oder so. So. Jetzt haben wir mal wieder 20% die unser Vorankommen unterstützen. Aber ihr wollt nicht wissen wie viele Jahre wir schon darum kämpfen. Vom Traditionalismus wegzukommen. Das ist nicht mehr glaubwürdig, würde ich's mal benennen. Wir haben auch immer noch diesen winzigen Bausektor. Aber mehr können wir uns halt gerade eigentlich auch geldtechnisch nicht unbedingt leisten. Ich werde mal einen noch bauen. In Moldawien. Hey! Zulo miterobern. Dann hat man eine zweite Küste für den Aufstand. Eine zweite Küste. Wie meinst du die zweite Küste? Du meinst, dass man von zwei Seiten aus landen könnte? Ja, das wäre durchaus auch noch eine Variante. Der Aufruhr ist schon sehr hoch hier. Ich frag mich nur gerade, was ich den Leuten noch Gutes tun könnte. Außer halt Goldminen zu bauen. Oh, Großbritannien und das Merina-Königreich kämpfen. Interessant. Ja. Aber das werden wir erstmal auch Randier noch tatsächlich erobern wollen. Zehn Verrufen, halt, kostet uns das nochmal. Wenn ich die Revolte habe, kann es sein, dass die Truppen dann dort isoliert sind, wenn die Küste, äh, wenn der Küstenstaat repeliert. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, äh, weiß, was du meinst, ja. So, Russland kommt dazu. Bis jetzt hat sich Russland immer treu auf uns, äh, an unserer Seite gehalten, tatsächlich. Das gefällt mir. So, wie viele Truppen hat Orandier? Ach, die müssen von da oben hinkommen. Neun. Na, das sollten wir doch trotzdem schaffen. Aber die Briten besetzen Madagaskar. Na, jetzt wird's aber ein bisschen knapp. Die Armee muss langsam kommen, sonst werden wir überrannt. Na. Na, acht Tage noch. Das war jetzt aber ganz knappes, ganz knappe Sache. Ganz knappe Angelegenheit. Elf gegen acht, das ist auch knapp. Gewinnen wir aber. Ich glaube, ich müsste fast hier die... Na, wir warten mal noch. Vielleicht muss ich die zweite Armee schicken, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal, ob wir es nicht ohne schaffen. Die erste Schlacht haben wir gewonnen. Na, die zweite gewinnen wir auch. Perfekt. Da kämpfen wir in Überzahl. Sehr gut. Der Gegner hat auch noch einen Patzer. Glaube nicht, dass mehr Goldmien was Gutes für die örtliche Bevölkerung ist. Ja, Kubun, okay, ich gebe dir vielleicht recht. Ich glaube, den Leuten geht's nicht so gut in der Goldmine. Ja, den Krieg haben wir aber direkt gewonnen noch. Eine Schlacht noch. Perfekt. Das Land ist besetzt. Gibt's hier auch Malaria. Hier gibt's gar kein Malaria, oder? Schau mal, den ganzen Süden können wir gleich noch kolonisieren. Können wir doch jetzt schon kolonisieren, oder? Ja, das geht richtig schnell. Und die Franzosen kolonisieren jetzt hier dieses Gebiet schon, okay. So, das heißt, wir haben jetzt die nächste Armee wieder. Für unsere Armee hier drüben. Und wir machen mal den Heimathafen jetzt bitte hier. Wir sind in der Annahmephase für den Interventionismus. Oh, endlich, dass ich das noch miterleben darf. Ist ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn. So, Freunde, wir brauchen schnell mehr Gold. Wir brauchen mehr Geld. Und Dynamit haben wir. Das sorgt auch dafür, würde ich behaupten. Mit Dynamit jetzt mal... Erstmal die Goldminen noch verbessern. Brauchen wir wahrscheinlich dann eine Dynamitfabrik hier unten noch, dass es sich lohnt. Sprengstofffabrik. Und da haben wir die Sezessionsbewegung. Wo ist sie? Hä? So tonisch. Freistaat und Transvaal. Ja. Teilweise kommen ja leider auch Truppen von da unten her. Aber Lur Mark ist dann hoffentlich nicht dabei. Freistaat und Transvaal. Genau, Kolonialmacht Rumänien. So ist es. Äh, Lur Mark ist dann hoffentlich nicht dabei. Macht es denn, dass unsere Armee hier unten bleibt? Ja, normalerweise schon. Und die andere Armee schicke ich auch gleich noch darunter. Zur Verteidigung. Unsere Interessen. Oh, das heißt, die ganze Goldproduktion, Goldminen, der Goldminenbau wird leider abgebrochen jetzt durch diesen Aufstand. Das heißt, wir haben doch zu schnell zu viel erobert. Habe ich leider befürchtet. Oh, die kommt richtig schnell. Ah, ist aber nur Transvaal. Okay. Dann mobilisieren wir doch. So, und dann greifen wir von der Seite aus an. Und wir können ja hier unten... Hä, wie kommen wir denn da unten hin, bitte? Von... Also, wie komme ich da hin? Ah, schön. Gleichzeitig kriegen wir auch noch einen, äh... einen Aufstand. Genau, Formation kann die Front nicht erreichen. Das dachte ich mir schon. Und vor allem... Oh Gott, den Aufstand kann ich jetzt nicht bekämpfen. Ganz toll. Hat man die Aufstandsprobleme mit der kolonialen Ausbreitung auch, oder ist das nur die Eroberung? Hä, das ist genau das Beispiel jetzt, was wir hier haben. Wallenstein durch... Oder Wallenstein. Ähm, durch die klassische Kolonisierung kommt es dann zu Aufständen der einheimischen Bevölkerung. Äh, und dann wird das auch quasi so eine Art Krieg. Den wir jetzt halt nicht führen können, weil wir da keine Armee an die Front schicken können. Das ist jetzt ein bisschen sehr ungünstig. Ach, jetzt muss ich hier auch die Russen wieder dazu holen. Uiuiuiui. Das darf ich nicht vergessen. Gerne. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne sagen. Oh, jetzt machen wir auch sehr viel Minus. Weil uns jetzt halt die Goldminen fehlen. Oh, noch eine... Oh Gott, oh Gott. Oh, das ist jetzt... Das ist jetzt richtig mies. Das ist jetzt richtig mies. Jetzt kriegen wir auch noch einen Bürgerkrieg. In Gaza. Kann ich da nicht irgendwas dagegen machen? Irgendein... Erlass... Notsozialhilfe vielleicht. Brutales Durchgreifen. Weiß ich nicht, ob das noch was bringt. Steuern senken. Hilft das was? Weil sonst haben wir echt jetzt ein Problem. Wenn das auch unabhängig wird, dann können wir den anderen Krieg nicht führen. Oh je. Das wird jetzt ein Problem. Das steigt auch leider gerade super schnell an. So, der andere Krieg hat jetzt zwar begonnen, aber... Hatten wir dazu eine Schlacht gewonnen? Das Land ist zu 50% besetzt, aber es reicht nicht. Jetzt haben wir nämlich noch eine Sezession. Oh, Katastrophe. Katastrophe. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Ich komme ja jetzt, glaube ich, zu keiner dieser Fronten hin, oder? Warte mal, was ist denn das im Süden? Ist die Kap-Kolonie auch in dem Krieg? Komme ich da hoch? Kann ich das erreichen? Das wäre natürlich gut, wenn wir das da oben erreichen können. Testen wir mal aus. Ja, toll. Jetzt greifen die da aber gleich an. Ob wir dann auch schnell genug hinkommen. Aber wir haben den Interventionismus. Das wurde aber auch Zeit. So, was können wir denn noch für Gesetze uns jetzt holen? Jetzt können wir uns endlich die Kopfsteuer holen. Ja, das würde aber die Grundbesitzer radikalisieren. Also können wir das erstmal nicht machen. Hm, laissez-faire würde die Grundbesitzer auch radikalisieren. Da muss ich Kassos konsultieren. Vermutlich. Technokratie. Nur die orthodoxe Kirche ist gegen Grundbesitzerwahlen. Interessant. Hm, Eigentum. Die Grundbesitzer sind halt gegen alles. Keine Migrationskontrolle. Das sind die Landbewohner dagegen. Die sind randständig. Könnten die trotzdem ne... ...nen Aufstand machen? Weiß das jemand? Sklaverei-Verbot. Oh, das wollen sie wieder nicht. Ja, dann machen wir sicherheitshalber gerade mal erstmal nichts. Und ich werde erstmal die Regierung wieder umbilden. ...dass ich eine legitime Regierung habe. So. Dann geht's den Leuten wieder besser. Huff ich. So, kommen wir da jetzt rechtzeitig an. Bitte. Bitte geht in die Offensive. Geht das? Geht ihr da in die Offensive oder nicht? Oh, warte mal. Sag mir nicht, ich hab jetzt ausersehen mein Bündnis mit Russland. Ne, ich hab das noch. Ich muss hier noch mein Bündnis mit Russland, äh. Genau, ich muss die Russen hier noch dazu holen. Ja. So ist es. Das Problem ist nur gerade... Hier wird nicht gekämpft, seh ich das richtig? Vormarschtempo. Sie marschieren einfach nicht... Vorbe... Und hier fehlt uns der General. Auch schlecht. Könnt ihr jetzt bitte angreifen? Jetzt haben wir auch noch diesen Aufstand. Ah, jetzt kämpfe ich auf einmal. Seltsam. Sehr seltsam. Verstehe ich nicht. Das ist absolut wild, was hier unten passiert. Haben die sich hier gerade zurückgezogen, oder? Ja. Okay. Wo ist jetzt der andere Krieg? Wir haben keine Schlacht... Okay. Ich glaube, wir haben jetzt die Kriege gewonnen. Wie auch immer haben wir gewonnen. Die ersten haben kapituliert. Sehr gut. So, und wir müssen jetzt wieder... Wo ist unsere Angriffsarmee? Die Verteidigungsarmee muss ich erstmal wieder in die Heimat schicken. Ganz wichtig. Meine Angriffsarmee darf... Ähm... Hierhin wieder zurück. Und das... Verbinden wir damit wieder. Jawohl, jawohl, jawohl. So. Wir kolonisieren bitte hier weiter. Das geht relativ schnell. Und hier drüben auch noch. Das geht auch noch relativ schnell. Hier unten kolonisieren wir auch. Zulu bitte auch. So. Okay, irgendeine Armee konnte das Hauptquartier nicht erreichen. Die dritte Armee... Ist richtig. Und diese Armee... Kommt zur dritten Armee... Bestätigen. Und die haben das Hauptquartier hier oben nicht erreicht. Wieso? Weiß ich nicht. So. Aber das heißt, jetzt können wir hoffentlich hier... Der Aufruhr... Äh... Der Aufruhr ist... Immer noch da, aber... Oh, Randi ist ink... Äh... Inkooperiert. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Dann baue ich jetzt erstmal hier die... Äh... Goldminen aus. 13 Stück. 13 Goldminen. Ich baue noch kurz die anderen zwei Gebäude, weil das geht relativ schnell. Und dann müssen wir hier auch noch ein paar Goldminen einbauen. So. Und die Goldminen... Ah, jetzt muss ich hier wieder alles ändern. Also. Alles auf Gusseisenbau. Alles auf standardisierte Aktenverwaltung. Und... Die Goldminen alles auf Kondensationssachen. Und Dynamit bitte direkt nutzen. Dankeschön. Und sich hier schon Dynamit zu nutzen. Nein, und sich nicht. Eine effiziente Landwirtschaft. So. Wieso ist denn Lourk... Wieso ist das isoliert? Nein, das ist überhaupt nicht isoliert. Das ist auch ein Hafen. Okay, hier gibt es ein paar Probleme. Isoliert. Mosambik. Vielleicht braucht das erst ein bisschen, bis sich das wieder beruhigt. Kann das sein? Ist das alles wieder zusammengehört? Könnte ich mir jetzt wenigstens vorstellen. Lassen wir jetzt mal nochmal ein bisschen Zeit vergehen. Ich mache immer noch recht viel Minus. Aber... Indem wir Goldfelder bauen, glaube ich, ist da nichts Schlechtes dabei. Die Landwirtschaftsproduktionsmethoden. Stimmt. Dünger. Wie viel Dünger können wir denn produzieren? Oh, wir produzieren nicht sehr viel Dünger. Kann das sein? Viehhof kann auch nicht viel mehr Dünger produzieren. Verbesserte Wollgewinnung bringt ein bisschen Dünger. 80, 69, Dünger. So, hier. Backpulver lohnt sich scheinbar teilweise nicht. Wieso? Wieso sollte sich das nicht lohnen? Nähmaschinen ist ein Problem. Das lasse ich mal. Weil die wahrscheinlich die Sachen nicht bekommen, wie es sich gehört. Ja. Weil die aktuell nicht so angeschlossen sind. Wie es sein sollte, glaube ich. Das ist das Hauptproblem. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt irgendwie wiedergibt, weil sonst haben wir echt ein Problem. Oh, Anton ist unser neuer König. Das sorgt für Probleme. Denn unser neuer König ist leider nicht so gut wie der Alte. Der ist sogar verwöhnt. Oh Gott, Steuerverschwendung. Charismatisch, Politprofi noch am Anfang. Ach, er ist auch noch ein Schwindler. Noch mehr Steuerverschwendung. Na super. Das heißt, wir haben jetzt natürlich ein Autoritätsproblem. Ich muss die ganzen Erlasse wieder wegnehmen, die ich mal hatte. Schade. Schön war es die ganze Zeit. So. Nasenbärchen. Ne. Nasenbärchen. A, B, D. Bist du eigentlich ein Freund des autonomen Investitionsfonds? Ähm, aufgrund des Realismus habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt. Und manchmal rege ich mich natürlich auch auf, was die so bauen. Aber ich mache es jetzt eigentlich immer, dass ich damit spiele, tatsächlich. Bedenken und Einwände. Orthodoxe Kirche. Joa. Den Produktionismus könnten wir beschließen. Was haben wir aktuell? Den Merkantilismus. Na. Wir finden keine großen Mehrheiten aktuell. Das ist ein bisschen knifflig. Das ist ein bisschen knifflig. So. Aber wir sind im Jahr 1875. Rumänien steht jetzt, ich glaube, durch die Golderweiterung im Süden, werden wir sehr gut dastehen. Und wir können hier auch richtig schnell, wie ihr seht, kolonisieren. Das ist wirklich gut. Unser Proto-Inlandsprodukt ist Rang 11 der Welt. Wir sind richtig nach oben geschossen. Äh, Alphabetisierung Rang 31 könnte besser sein. Lebensstandard steigt. Ein bisschen. 11 Millionen Einwohner haben wir fast. Äh, beim nächsten Livestream, wo wir mit Rumänien weiterspielen werden, werden wir auf jeden Fall Krieg gegen Österreich führen müssen. Oh, die Russen haben mittlerweile 600 Bataillone. Das wird uns helfen. Denn wir wollen noch die Gebiete von Österreich erobern, die zu Rumänien gehören tatsächlich. Ich finde es auch meistens spannender, weil dann wird ergänzt, was lokal auf dem Markt noch fehlt. Ja, das, wenn es gut funktioniert, dann ja. Na. Aber gut, Freunde. Wir machen langsam Schluss für heute. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mehr Victoria 3 sehen wollt, gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Dort findet ihr ganze Let's Plays mit Japan, mit, äh, mit Franken und ganz, ganz vieles mehr. Also schaut da einfach gerne mal vorbei. Den Link habe ich euch in den Chat gepostet. Und ansonsten, wenn ihr zu Multiplayer-Runden dabei sein wollt, gerne auf unseren Discord kommen. Morgen gibt es die nächste Multiplayer-Runde. Das heißt, der nächste Livestream findet morgen Abend ab 18.30 Uhr statt. Da spiele ich wieder Österreich in unserer Multiplayer-Runde. Bin sehr gespannt, wie das wird. Wenn ihr hier nichts mehr verpassen wollt und morgen dabei sein wollt, gerne einen Follow da lassen. Würde mich sehr freuen. Ähm, Nasenbärchen schreibt auch, Brasilien als Let's Play kann ich empfehlen. Genau. Das ist sehr spannend. Macht in Südamerika sehr viel Spaß. Und, ja. Ich glaube, dann habe ich soweit alles Wichtiges gesagt. Wir machen jetzt noch einen Raid natürlich. Ähm, noch irgendwas Wichtiges. Genau, es gibt diesen Adventskalender. Die Adventskalender-Aktion. Da könnt ihr ganz viele Steam-Keys gewinnen, die ich euch verlose auf meinem Discord-Server. Also lohnt sich, auf dem Discord-Server vorbeizuschauen. Richter schreibt bis morgen. Bis morgen. So, und dann machen wir jetzt auf jeden Fall noch einen Raid. Ich bin mittlerweile auch echt müde und erledigt. Ähm, lasst uns mal gucken. Ich schaue mal kurz, wo wir gleich hinraiden. So. So. Ja, ähm, ich würde sagen, wir raiden mal zu Karesak. Der raidet uns auch öfters. Da gibt es auch Victoria 3 oft. Auch wenn er jetzt was anderes spielt. Schauen wir einfach jetzt mal bei ihm vorbei, würde ich sagen. Da freut er sich doch sicherlich. Machen wir es so. Gut. Gute Nacht zusammen. Und, äh, kommt gerne nochmal mit. Dann raiden wir jetzt hier noch den lieben Karesak. Kare. Karesak. Der jetzt übrigens auch Partner geworden ist. Lasst gerne alle noch einen A in seinem Chat. Und wir sehen uns morgen wieder in unserer schönen Multiplay-Runde. Ich freue mich schon sehr darauf. 17 oder 18 Spieler sind wir. Und ich spiele wieder Österreich. Kaiserreich Österreich hatte einige Tiefen und Probleme. Beim letzten Mal ging es wieder bergauf mit dem neuen Kaiser Franz Josef. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz spannend und interessant. Ich wünsche euch allen jetzt eine gute Nacht. Hat sehr viel Spaß gemacht heute mit Pioneers of Pagonia. Und mit, ähm, Victoria 3. Und unserer Runde jetzt hier mit der Valachai. Mittlerweile schon lange Zeit Rumänien. Mach's gut. Gute Nacht, Valete. Euer Gaius Julius Cäsar.